Hallo zusammen, ich bin Jasmin Kozebeck und ich spreche gerne mit interessanten Menschen über interessante Themen. Und heute geht es um das Buch, beziehungsweise natürlich auch den Autor des Buches, das indoktrinierte Gehirn. Es wird beschrieben, wie ein neuropathologischer Angriff auf unser autobiografisches Gedächtnis stattfindet und wie dies systematisch von einer technokratischen Elite getan wird. So sollen vor allem die Corona-Maßnahmen quasi der Startschuss für den Übergang in eine schöne neue Welt darstellen, in der wir gefällige und programmierte Wesen werden. Steile Thesen könnte man meinen. Ich sitze hier gegenüber von Dr. Michael Nehls. Herzlichen Dank, dass Sie mich hier empfangen haben. Wir sprechen eben genau über Ihr Buch, das indoktrinierte Gehirn. Ich habe es jetzt mal versucht, kurzerhand vorzustellen. Weiß nicht genau, ob Sie mit der Vorstellung so einverstanden sind? Es ist alles gesagt. Es ist alles gesagt. Wir können jetzt eigentlich das Gespräch beenden. Natürlich nicht, nein. Wir sprechen darüber natürlich im Detail. Erstmal möchte ich Sie vorstellen. Sie haben ja unglaublich viel schon gemacht. Sie haben auch unglaublich viele Bücher geschrieben. Ich habe eine ganze Seite an Vorstellungen im Endeffekt. Sie sind promovierter Arzt, habilitierter Molekulargenetiker mit Schwerpunkt Immunologie. Sie haben ja auch als Grundlagenforscher verschiedene oder die Ursachen verschiedener genetischer Erbkrankheiten entdeckt mit zwei Nobelpreisträgern gemeinsam. Sie haben ein Schlüsselgen bei der Immunitätsentwicklung entdeckt und wurden vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Also nicht ich persönlich, aber die Entdeckung. Die Entdeckung, ja. Die Entdeckung. Also nur um zu sagen, Sie kennen sich aus. Sie kennen sich aus mit dem Immunsystem. Sie kennen sich auch aus mit dem Gehirn. Sie haben zum Beispiel zwei Spiegel-Bestseller geschrieben. Die Alzheimer-Lüge zum einen. Dann auch Alzheimer ist heilbar. Ihr Buch vor diesem hieß das Erschöpfte Gehirn. Also Sie setzen sich mit dem Prozessor hier oben auseinander. Ich weiß, Sie mögen diese Parallelen zu Computersystemen nicht unbedingt. So weit, so gut. So weit, so gut. Noch geht das. Ich bin noch nicht fertig mit der Vorstellung. Sie sind Extremradfahrer, habe ich jetzt geschrieben. Sie haben dieses Race Across America gemacht. Das ist schon ein bisschen her, aber nicht desto weniger. Das war ein Selbstversuch, ja. Ja, 4.600. 4.800, ja. Meilen oder Kilometer? Kilometer. Kilometer quer durch die USA, Marathonläufer. Sie waren auch mal früher in der Biotech-Industrie tätig. Also Sie kennen auch Pharma von innen, könnte man so sagen. Und wie schon gesagt, zahlreiche Bücher geschrieben hier. Demenz vorbeugen, die Formeln gegen Alzheimer. Also Sie haben viel über Alzheimer publiziert. Algenöl, auch ein Buch von Ihnen, also zum Thema Algenöl. Dann unter anderem noch das Corona-Syndrom, Herdengesundheit und zuletzt das indoktrinierte Gehirn. Also Sie haben ja unglaublich viel gemacht. Eigentlich könnten wir ja über alles einzeln sprechen, ne? Würde mich freuen, ja. Ja, ja. Also Sie haben ja auch schon viele Interviews zu diesen anderen Themen gegeben. Jetzt geht es hier rum. Was ich so entspannend fand, ist, dass direkt am Anfang des Buches, ich meine, es ist ja wirklich die erste Seite, ist der Haftungsausschuss drin. Das habe ich in dem Buch noch nie gelesen. Also da steht drinnen, dass der Verlag und Autor haben die Angaben in diesem Werk nach bestem Wissen und Gewissen auf Korrektheit geprüft. Doch der Verlag übernehme und der Autor keine Gewahr für den Inhalt des Werkes, so wie für etwaige Fehler. Das fand ich spannend. Warum steht denn hier ein Haftungsausschuss drin? Ja, also grundsätzlich steht er in all meinen Büchern, weil die Bücher natürlich Tipps geben, wie man in dem Falle zum Beispiel sein Gehirn, da ist ja die Form gegen Intoktrination drin, wie man sein Gehirn sozusagen wappnen kann gegen die Übernahme. Also dass eben die Funktionalität nachlässt und man eben nicht mehr so fähig ist, eine Resilienz zu haben gegen Propaganda und die er auch nicht mehr erkennen will oder erkennen kann. Und diese Tipps sind halt eben auch gesundheitliche Tipps und die umzusetzen ist natürlich jedem selbst überlassen und ich möchte jetzt keine Gewähr übernehmen, dass zum Beispiel, wenn jemand sagt, ah, der Nils sagt, ich müsste jeden Tag 6000 Einheiten Vitamin D nehmen, weil das sozusagen bei keiner Eigenproduktion eine vernünftige Menge ist. Aber es kann gut sein, dass es zu wenig ist, ja, dass er gar nicht... Oder zu viel? Zu viel ist unwahrscheinlicher. Sagen ja auch manche, wissen Sie ja. Ja, ja, das weiß ich. Überdosierung Vitamin D. Ich weiß nicht, über wollen wir gar nicht reden. Aber in dem Bereich noch nicht. Aber ich habe eher die Sorge, dass man unterdosiert sein könnte, weil ja nicht jeder sozusagen Vitamin D optimal verstoffwechselt, möglicherweise auch falsch einnimmt, nicht mit der Nahrung und so weiter und so weiter. Und dann hat er einen zunittigen Spiegel und dann heißt hier in dem Buch ab 125 Nanomol pro Milliliter hätte man oder pro Liter hatte man gar keine Wahrscheinlichkeit, dass man dann Corona stirbt, soll gleich null sein. Dann gibt es Publikationen dazu, wissenschaftliche Studien, Metastudien. Und dann heißt ja, wenn ich jetzt 5000 Einheiten nehme nach der Formel, müsste ich ja genau den Wert haben. Und dann bin ich sozusagen sicher vor Grippe und Influencer und eben Corona. Naja, und dann könnte ja sein, dass der Wert nicht stimmt. Also dass zwar die Einnahme richtig war, aber der Körper reagiert nicht mit dem entsprechenden Spiegelanstieg. Und deswegen nur als Beispiel jetzt, möchte ich da nicht haften, wenn die Person dann doch Schaden nimmt an diesen Infektionen. Und deswegen auch immer sozusagen der Vorbehalt, das sind Richtlinien, Richtwerte. Und jetzt geh aber zum Arzt natürlich oder zu deinem Gesundheitsversorger und check diese Werte und schau erstmal, was du wirklich brauchst und so weiter. Aber es sind Hinweise, die wichtig sind, aber eben ohne Gewehr. Okay, verstehe. War es das erste Mal, dass ich das gelesen habe? Dann haben wir ja auch im Vorfeld noch darüber gesprochen, dass Ihnen sogar ein klitzekleiner Fehler in dem Buch unterlaufen ist. Ja, das ist genau so ein Punkt, genau. Und also es ist wirklich eine Kleinigkeit, falls Sie darüber, also Sie sind gerade dabei, das alles abzukleben und zu korrigieren, was natürlich irre ist bei der Auflage. Also auch ganz schön aufwendig. Auch jemand, der so viele Bücher geschrieben hat wie Sie, Ihnen passieren auch noch Fehler, ist vielleicht auch ein bisschen beruhigend für alle Leute. Natürlich, es ist menschlich. Und wir haben extra für den Korrektur ein kleines Erratum drin, haben auch extra eine kleine Webseite, Unterseite von meiner Webseite eingerichtet, wo man lesen kann. Und unten steht dann auch so irrendes Menschlich, man kann Fehler machen. Ich habe da einfach eine Schlussfolgerung aus etwas gezogen, was nicht richtig war. Und es war nichts Medizinisches? Nein, nein, nein. Das ist vielleicht nochmal an dieser Stelle. Aber Fehler müssen korrigiert werden. Ich bin der Letzte, der sagt, ich bin perfekt. Ja, wir machen alle Fehler. Und da muss man halt dazu stehen. Und die Korrektur zeigt eben, dass sie eben auch, ja, logisch. Aber da muss man eben die Korrektur machen, dann ist die Sache in Ordnung. Kommen wir zu Ihrem Thema oder zu unserem Thema heute. Sie haben ja viele Themen, über die Sie sprechen können. Und ich bin mir sicher, dass wir hier und da auch immer mal wieder vielleicht eine kleine Abzweigung nehmen. Da bin ich ganz offen dafür. Sie sprechen eben über dieses indoktrinierte Gehirn. Und was ich so spannend daran fand, ist, ich habe ja schon mit einigen auch Psychologen gesprochen, die ja auch über eine gewisse Einflussnahme sprechen, die stattfindet über Propaganda, über Furchtappelle oder Angstpropaganda, wie auch immer, dass man Einfluss nehmen kann. Aber sie gehen ja quasi den Schritt weiter, dass das wirklich, und ich benutze jetzt mal wieder so eine Computerparallele, dass wirklich die Hardware angegriffen wird im Gehirn. Also nicht nur, dass, also wie wir, also ich würde jetzt sagen, fast schon emotional mit Sachen umgehen, sondern dass auch wirklich im Gehirn bestimmte Dinge stattfinden, die uns beeinflussen und Ihrer These nach eher negativ beeinflussen. Ja, absolut. Ich meine, es ist ja so, die Computersprache hört ja sozusagen auf, wenn wir, also wir können viele Analogien machen mit Computer und Gehirn, aber die Unterscheidung beim Computer zwischen Hardware und Software, die übrigens bei der KI, der Künstlichen Intelligenzen auch verschwindet. Aber die klassische Computerprogrammierung war eben Hardware und man programmiert ein Programm und das läuft dann auf diese Hardware. Das ist bei der KI schon nicht mehr der Fall, die ja so eine Art angepasst ist so ein bisschen in der Funktionalität, wie das Gehirn auch funktioniert. Und Software und Hardware im Gehirn sind praktisch eins. Die Synapsen sind Teil der Hardware, aber gleichzeitig Teil der Software eben auch. Was wäre denn dann die Software, wenn Sie sagen, Hardware sind Synapsen, was ist dann die Software? Die Hardware sind die Synapsen und die Software gleichzeitig. Wenn ich eine Synapse verändere, verändere ich die Funktionalität des Gehirns. Aber ich brauche die Synapsen als Hardware, damit überhaupt das Gehirn funktionieren kann. Gleichzeitig sind sie aber auch durch ihre Änderlichkeit die Software im Gehirn. Und deswegen kann man nicht unterscheiden, was Hardware und Software ist. Und jeder Gedanke, den wir speichern, jede Sekunde, wo wir leben, verändert sich unser Gehirn ständig. Wir passen uns ständig an und manche Anpassungen sind eben so gravierende Natur, dass sie unsere Persönlichkeit verändern können. Klassisches Beispiel, ich erlebe ein ganz schlimmes Trauma. Und das schlimme Trauma sorgt dafür, dass ich einen enormen Stress habe. Und mit der Verarbeitung des Traumas ist der Stresslevel ständig hoch. Auch die Konsequenz ist, dass zum Beispiel bestimmte Gene in unserem autobiografischen Gedächtnis, die zum Beispiel Rezeptoren sind für Stresshormone, weil das autobiografische Gedächtnis hat die zusätzliche Aufgabe, auch unseren Stresslevel zu korrigieren oder zu orchestrieren und zu schauen, ist er hoch, ist er niedrig, ist dieser hohe Spiegel relevant eigentlich. Gehen wir noch einen Schritt weiter zurück, einfach um das verständlich zu machen. Ich nehme an, mich bellt ein Hund an. Ich fahre mit dem Fahrrad durch den Wald und ein Hund bellt. Ich drehe mich rum und die erste Reaktion beim Rumdrehen ist ja schon, dass mein Stresslevel hochgeht, weil der Hund könnte mich ja beißen, so im Sinne von Essen auf Rädern. Und da ist jetzt die Situation, dass mein Gehirn, also vor allem mein Hippocampus, mein autobiografisches Gedächtnis, ja weiß, viele Erfahrungen kennt, die ich mit Hunden schon hatte. Und wenn ich jetzt sehe, der Hund ist an der Leine oder ein ganz kleiner Hund und der kann gar nicht so schnell rennen, wie ich Fahrrad fahre, dann muss mein Stresslevel ja wieder absinken. Ich kann jetzt nicht chronischen Stress haben, nur weil ich jetzt einmal kurz Stress hatte. Also der akute Stress darf kein chronischer werden. Und dafür sorgt eben der Hippocampus. Und der schaut auch sozusagen, weil er Rezeptoren für Stresshormone hat, schaut er, wie viel Stress hat es ausgelöst, ist dieser Stress adäquat zur eigentlichen Situation und geht dann korrigierend über neuronale Signale auf das Stresshormonsystem ein und reguliert es runter, wenn es eben überzogene Stressreaktionen war im Vergleich zu dem, was tatsächlich passiert ist. Und das macht der Hippocampus? Das macht der Hippocampus. Und vor allem die neuen Zellen, die jeden Tag entstehen im Hippocampus. Da sprechen wir später nochmal drüber. Die durch Neurogenese, also mit... Genau, dieses Stichwort. Also Sie können gerne diese Fremdwörter immer mal wieder so reinbringen. Je öfter man sie hört, desto eher kommt man damit klar. Aber da reden wir nochmal später drüber, wenn wir vielleicht über die Funktion des Hippocampus sprechen, und warum die Maßnahmen und das, was jetzt nach den Maßnahmen folgte, warum das ein direkter Angriff eben auf unser autobiografisches Gedächtnis ist und was die funktionellen Konsequenzen dieses Angriffs sind. Aber Sie können ja schon jetzt einmal erklären, weil Sie haben jetzt das schon Hippocampus ein bisschen beschrieben, so beispielhaft, Sie haben auch gesagt, als autobiografisches Gedächtnis. Also was genau die Funktion ist? Wir haben ja ganz viele verschiedene Teile des Gehirns, die für verschiedene Dinge zuständig sind. Also wie, was genau macht dann, warum ist der Hippocampus aus Ihrer Sicht jetzt so wichtig in dieser Hinsicht? Und warum ist dann der Angriff auf den Hippocampus so wichtig? Der Hippocampus ist einer der ältesten Hirnteile, die wir haben. Also die ältesten Hirnteile vor allem, die sozusagen schon eine gewisse Denkfähigkeit haben. Er gehört zum sogenannten Arche-Kortex, das ist der frühe alte Kortex, im Gegensatz zum Neokortex, den wir sozusagen haben, wenn wir oben reinschauen und dann sehen wir diese Walnuss und die Oberfläche der Walnuss ist der Neokortex. Und bei Tieren, die noch vor den Mammalien, also vor den Säugeltieren, gab es noch keinen Neokortex, da gab es nur den Arche-Kortex. Da war praktisch, wenn man aufgemacht hat zu sagen, die Nuss, die man dann sieht, ist eher alter Kortex. Bei Menschen ist der Neokortex, zu dem auch das Frontalhirn gehört, so groß geworden, dass er praktisch wie so ein Hefeteig den Arche-Kortex überquollen hat, der ist immer noch da und der steckt jetzt so unten eingerollt, hier in den Schläfenlappen, ist ungefähr so ein Prozent unseres Gehirnvolumens ist der Arche-Kortex. Das ist ja nicht so vieles. Nee, nee, das ist nicht groß, aber er hat aufgrund seiner Altheit, also seiner Evolutionärs, ist es eben so alt, dieser Teil des Gehirns, dass er bestimmte Funktionalitäten hat, die schon vor Millionen Jahren, bevor es den Menschen überhaupt gab, schon von großer Bedeutung waren. Wie zum Beispiel, wo finde ich Futter? Wo sind Fressfeinde möglicherweise? Welche Strecken muss ich vermeiden, wenn ich Futter suche? Also ein Hirnteil, dass ich merke, wann ich wo, was erlebt habe und ob es mit Gefahr verbunden war, sprich Emotionen ausgelöst hat, Gefühle ausgelöst hat, Schreck oder sonstiges, oder Freude, oh, da ist ganz viel Obst, da kann ich nächstes Mal wieder hingehen am nächsten Morgen und diesen Weg sich zu merken dahin, zu wissen, was dort ist, das ist die Aufgabe des Hippocampus. Und diese Aufgabe hat er behalten bis heute im menschlichen Gehirn. Und nur er macht das. Also ohne Hippocampus, dieses eine Prozent weggenommen, wir können uns nicht merken, wer wir sind, wo wir sind und was wir gestern getan haben oder was der letzte Satz war, den Sie mich gefragt haben. Das wäre alles weg. Der Hippocampus ist die einzige Zentrale in unserem Gehirn, der sich sofort alles merkt, was wir wann, wo wir erlebt haben oder auch gedacht haben. Aber jetzt mal ganz kurz die Frage, wenn man sehr vergesslich ist, ist das ein Problem mit dem Hippocampus? Das ist also, wenn man mal Wörter vergisst, Fremdwörter vergisst oder nicht mehr weiß, wie der Nachbar heißt, dann ist das kein Hippocampus-Problem primär. Weil Fremdwörter oder Hauptnamen sind nicht Hippocampales Wissen. Er merkt sich eher Geschichten, Narrative. Also ich kann ein Buch lesen, ich weiß, was in dem Buch drinsteht, aber ich könnte es nicht zitieren. Ich habe kein fotografisches Gedächtnis, dass ich jetzt praktisch jede Zeile kenne, aber ich weiß ganz genau, was der Inhalt war. Und ich weiß auch ganz genau, wann ich es gelesen habe und wie es sich angefühlt hat. Das weiß der Hippocampus. Er merkt sich Geschichten. Er ist sozusagen auch unser soziales Gedächtnis. Interaktion mit anderen Menschen, das merkt er sich. Und vor allem, er muss es hier nur einmal gehört oder gesehen oder gefühlt haben. Einmal. Das ist einzigartig. Fremdwörter, Vokabeln, Englisch, Deutsch. Oder auch so, wenn man so lernt fürs Studium. Ja, einfach Fakten lernen. Das ist einfach, muss man wiederholen, 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 weil der Hippocampus interessiert das nicht. Es sei denn, sie kommen mit viel Emotion. Deswegen lernt man Fremdsprachen besser im Ausland. Also wenn die Wörter, die ich mir merken muss. Oder man sich verliebt und dann lernt man die Sprache auf einmal ganz schnell, weil man sich mit... Ja, und auch den Namen des zukünftigen hoffnungsvollen, hoffentlich Partners, mit dem man sich verliebt hat. Den wird man auch nicht so schnell vergessen. Aber das heißt, Emotionen sind da schon eine sehr wichtige Angelegenheit, was ja spannend ist, weil wir ja doch durchaus feststellen können, dass wir auch in der Corona-Zeit sehr emotionalisiert wurden und auch immer noch werden. Ja, auch wenn es um Krieg geht, Krieg und Frieden. Also diese großen Fragen. Die Emotionen spielen eine ganz große Rolle und die werden auch gegen uns verwendet. Und das ist... Man nutzt eben die Eigenschaften des Hippocampus knadenlos aus gegen uns. Und da muss man jetzt ein bisschen ausholen, wie er vielleicht funktioniert, wenn ich das ein bisschen erklären kann. Weil wenn man das verstanden hat, dann weiß man, wo man sozusagen wo angesetzt wird. Erstmal, der Hippocampus, wir haben es schon gesagt, nur ein Prozent ist relativ klein. Und trotzdem muss er sich verdammt viel merken. Wenn wir den ganzen Tag so eine Unterhaltung filmen und die alle interessant waren, dann versucht er, sich das alles zu merken. Ja, den ganzen Tag, volle Ladung. Und was dann passiert meistens, also mir passiert es auf jeden Fall irgendwann, gegen Spätnachmittag oder abends geht nichts mehr in die Birne. Ich merke einfach, wenn ich jetzt noch was reinnehme, ich stelle mir so wie so einen Tisch vor, das ist der Hippocampus, und dann lade ich immer mit Informationen, mit Geschichten auf. Und irgendwann ist der Tisch voll. Wenn ich jetzt noch eine drauf mache, fällt eine andere runter. Das ist so mein Bild, was ich so habe. Das Bild hatte ich übrigens schon im Studium. Deswegen habe ich zum Beispiel im Medizinstudium maximal drei bis vier Stunden am Tag gelernt. Nicht mehr, keine Minute mehr. Ich habe gemerkt, jede Stunde mehr fällt das Zeug vom Tisch runter. Es geht nicht. Während andere 14, 15, 16 Stunden gelernt haben von meinen Kommilitonen. Ich habe gesagt, Leute, mach dich verrückt. Ich bin lieber mal spazieren, mach was anderes. Aber der Tisch ist einfach voll, dann geht nichts mehr. Und das ist auch, dieses Tisch voll hat einen wissenschaftlichen Namen, das nennt man Ego-Depletion. Ego-Depletion. Ego-Depletion, also Selbsterschöpfung. Und das spürt auch jeder und dann will man eben auch nicht mehr noch große Geschichten hören, die einen emotional... Kennt jeder nach so einem sehr anstrengenden Tag. Aber ich würde schon sagen, dass man dann schon viel Information aufgenommen hat. Das ist jetzt kein normaler Tag. Naja, es hängt davon ab. Von der Person natürlich auch. Man könnte morgen schon aufstehen und schon Ego-Depletion aufstehen. Aber das wäre quasi auch unnatürlich, oder? Dann stimmt doch irgendetwas nicht. Dann stimmt etwas nicht. Entweder hat man massiv schlecht geschlafen und da kommen wir jetzt gleich auf die Funktionalität des Hippocampus zurück. Damit er am nächsten Morgen nicht mehr Ego-Depletion ist, muss der Tisch sauber geräumt werden. Der Tisch muss wieder so ein blank slate sein. Da muss wieder alles, man muss wieder neue Sachen drauf machen können. Und damit das geschieht, muss der Tisch nachts leer geräumt werden. Und das findet im Tiefschlaf statt. Die ersten Tiefschlafphasen, wenn man schläft, sind die sogenannten Slow-Wave-Sleep, so weil er solche charakteristischen EEG-Wellen hat. Und da wird es sozusagen repetitiv, also wirklich nicht einmal, sondern 10, 20, 30 Mal, wird die gleiche Geschichte hochgeladen in den sogenannten Neokortex, über den wir schon gesprochen haben. Der Neokortex ist 100 Mal größer als der Hippocampus. Und deswegen kann er sich Massen merken. Der ist sozusagen nicht so limitiert in der Aufnahmefähigkeit. Ich nenne das immer so, als jetzt mit einem Computersparer, die neokortikale Festplatte. So ähnlich wie man in einem praktischen... Macht es tatsächlich einfacher. Komisch, dass man den Computer besser versteht als irgendwie das menschliche Gehirn. Aber gut, anderes Thema. Ja, weil das Gehirn eigentlich komplizierter ist und diese Bilder das vereinfachen. Das ist so, wie man praktisch eine Fotokamera hat mit einem Stick und den macht man halt voll tagsüber. Wenn ich am nächsten Tag wieder fotografieren will, muss ich halt hochladen. Das Hochladen findet im Slow-Wave-Sleep statt, wiederholt, weil der Neokortex nicht so schnell lernen kann. Der lernt langsam. Nur der Hippocampus lernt schnell. Und weil der Neokortex langsam lernt, muss der Hippocampus ihm das immer und immer wieder erzählen, bis dort alle Synapsen so verändert sind, dass diese Erinnerung jetzt wirklich oben angekommen ist. Und das passiert in der Nacht? In der Nacht. Auch immer diese Wiederholung? Auch diese Wiederholung. Repetitiv. Das ist das Slow-Wave-Sleep. Und dann hingegen morgen kommt eine neue Schlafphase zu, das sogenannte Rapid Eye Movement Schlaf. Und das ist der Teil des Schlafes, wo wir träumen. Wir sind eigentlich im tiefen Schlaf, werden aber unruhig, weil wir im Prinzip in diesen Träumen sozusagen, wie in einem virtuellen Raum, den Träumen hinterherlaufen. Also wir sehen irgendwas, da passiert was und ich irgendwie treffe Menschen und ich rede mit denen und diese Aktionen, die Augenbewegung, das ist alles, was man dann praktisch bei der Person sehen kann, aber die ist ein Tiefschlaf. Und in dieser Phase werden die hochgeladenen Erinnerungen mit früheren Erinnerungen, die schon mal hochgeladen worden sind, vor einem Jahr, vor zehn Jahren. Vor 30 Jahren. Genau das wollte ich gerade fragen, weil man träumt ja manchmal auch ganz willkürlich über Dinge, die nicht gestern oder vorgestern passiert sind. Aber immer das, was man gerade erlebt hat, ist oft mit eingefluchten auf eine gewisse Art und Weise. Aber es wird eben vernetzt mit anderen Dingen und das Gehirn arbeitet für uns und am nächsten Morgen sieht man auch diese gestrigen Dinge plötzlich in einem neuen Licht. Ja, man hat so Aha-Erlebnisse. Deswegen habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, abends nicht mal eine E-Mail abschicken oder so. Erstens bin ich ego-deplitiert, zweitens habe ich noch nicht diese Vernetzung geschafft, wo ich dann eben das andere, neuen Licht möglicherweise sehe und dann vielleicht denke, ah gut, die E-Mail muss man gar nicht so schreiben, ich habe es lieber anders als eine Antwort auf irgendeine Anfrage oder sowas. Und das heißt, man macht morgens eine Spur weiser auf. Und man ist nicht mehr ego-deplitiert, der Tisch ist leer. Das Problem ist jetzt, wie rekreiert sozusagen der Hippocampus diese, wenn wir also, wenn wir unseren nächsten Tag an das gestrige erinnern wollen oder an das, was vor zehn Jahren war, wie kommt es wieder ins Bewusstsein? Und da sind auch wieder das Wann und Wo von Bedeutung. Der Hippocampus behält sich etwas Information zurück und zwar, wo er das im Gehirn abgelegt hat, um es wieder zu rekonstruieren. Also wo im Neokortex? Genau, so eine Art Verbindung, aus der, sozusagen, wenn es, diese Schublade, wenn man manchmal sagt, ah, ich muss diese Schublade erst noch finden und deswegen manchmal braucht es, vor kurzem wurde ich gefragt, wie war nochmal die Postleitzahl in den USA und ich so, und auf einmal war sie da. Genau. Das heißt, da wurde gerade diese Straße gebaut. Postleitzahl ist ein guter Punkt, weil ich habe es früher als, wirklich als Postleitzahl, in ganz alten Büchern bezeichnet, also die Postleitzahl, Neurone, könnte man sagen, Nervenzellen, Neurone, und dann hat man, später habe ich gesagt, das sind die IP-Adressen, weil das ist eher so wie eine neokortikale Cloud, nach einer IP-Adresse. Für das neue Buch habe ich einen neuen Begriff gewählt, etwas neutraler, etwas weiter weg ist von dieser Computersprache und dann die Indexneuronen. Und für die Indexneuronen gab es da schon zur Hälfte einen Nobelpreis, das sind die Zeit- und Ortsneuronen, also die Neuronen im Hippocampus, die sich merken, wann und wo ich etwas erlebt habe. Und für das Wann gab es einen Nobelpreis schon. Also dass man die entdeckt hat, dass Nervenzellen tatsächlich im Hippocampus über ihre Synapsen sich merken, wo ich etwas erlebt habe. Dann ein Jahr später wurden die, also glaube ich, im selben Jahr, wo der Nobelpreis vergeben wurde, 2016 war das, glaube ich, wurden dann auch die Wann-Neurone entdeckt, also die Zeit-Neurone, und die Kombination aus Zeit, also Raum und Zeit, das ist also praktisch im Raum-Zeit-Kontinuum, merkt sich eben diese Nervenzellkombination, wo ich etwas gemerkt habe, wo ich etwas gelernt habe, was Gedanken gehabt habe, und wie er sich angefühlt hat, und wie ich ihn wieder rekonstruieren muss, um ins Bewusstsein zu rücken. Das heißt, ohne Hippocampus, wenn ich den rausnehmen würde, könnte ich A, keine neuen Erinnerungen formen, ich hätte aber auch keinen Zugriff mehr auf die Alten. Ah ja, okay, das macht Sinn. Das ist ganz wichtig, weil die Index-Neurone, die verbleiben im Hippocampus. Und ein Problem muss es der Hippocampus allerdings lösen. Wir werden ja, wir könnten 120 Jahre alt werden, die älteste Frau wurde 122. Das heißt, von der Kindheit an, bis man 122 ist, muss man sich immer neue Sachen merken. Und dann hat man natürlich ein Problem, der Hippocampus hat eine limitierte Größe, und irgendwann würde der gesamte Hippocampus nur noch aus Index-Neuronen bestehen. Man hätte gar keine Möglichkeit, mehr neue Dinge aufzunehmen, weil... Naja, aber es wird doch jede Nacht hochgeladen. Ja, aber die Index-Neuronen verbleiben ja. Okay, und die werden auch verbraucht? Die haben ja die Aufgabe, diese eine Erinnerung jetzt, die man da hochgeladen hat, wieder zu rekonstruieren. Und nächsten Tag kommen neue Erinnerungen dazu. Wenn man jetzt diese Index-Neuronen nicht überschreiben würde, wäre die alte Erinnerung gelöscht. Okay. Also der Zugang wäre gelöscht. Die wäre immer noch im Neokortex, aber wir können sie nicht rekonstruieren. Also das heißt, diese Index-Neuronen werden auch in gewisser Weise irgendwann verbraucht? Die werden verbraucht. Okay. Also irgendwann wäre der ganze Hippocampus, wenn man alle Nervenzellen in Hippocampus die Index-Neuronen macht, dann hat man zwar alle Erinnerungen im Hirteneokortex sozusagen bis zu diesem Zeitpunkt kartiert und kann sie rekonstruieren, ins Bewusstsein zurückholen, aber man könnte nichts Neues mehr merken, weil kein Platz mehr ist. Und deswegen hat der Hippocampus noch neben dieser schnellen Merkfähigkeit und dauerhaften Merkfähigkeit noch eine zweite Funktion oder eine zweite Eigenschaft, die einzigartige ist, er kann jeden Tag neue Hirnzellen produzieren. Tausende. Stichwort Neurogenese. Neurogenese, also Neuronervenzelle, Genesis, die Entstehung. Und da das eben im Hippocampus stattfindet, nennt man das die Hippocampale Neurogenese. Sie findet nur im Hippocampus statt. Und weil sie eben auch noch beim Erwachsenen stattfindet, weil normalerweise, also gab es gerade nur, einen Nobelpreisträger hat, Moniz hat vor 50 Jahren geprägt, niemand produziert mehr neue Zellen, Hirnzellen. Die Hirnzellenproduktion ist vorbei, wenn wir sozusagen das Teenager-Alter verlassen. Und das war ein Dogma, das lange gehalten hat. Man hat dann bei Tieren nachgewiesen, dass die Neurogenese noch stattfindet im Hippocampus und hat es für den Menschen geleugnet. Der Erste, der es für den Menschen gezeigt hat, der hat seinen Job verloren, weil er gegen das Dogma was behauptet hat. Also es ist ganz, ganz bekämpft worden, dass wir diese Neurogenese haben. Aber heute ist es wissenschaftlicher Fakt. Interessant, oder? Wie das auch mal laufen kann. Auf jeden Fall ist diese adulte Hippocampale Neurogenese entscheidend dafür, dass wir ständig neue Indexneuronen produzieren. Und deswegen nie alte Informationen, alte Erinnerungen überschreiben müssen, wenn wir neue aufnehmen. Im Optimalfall. Im Optimalfall. Natürlich ist es so, wenn ich jetzt den ganzen Tag die neuen Indexneuronen, die die Nacht vorher sozusagen entstanden sind, die entstehen immer nachts, wenn die neuen, die jetzt geboren worden sind und gereift sind und als benutzt werden können, als neue sozusagen Indexneuronen, das sind ja erstmal nur Nervenzellen, aber die werden als Indexneuronen benutzt, dann müssen diese Indexneuronen, die werden halt eben dann tagsüber gebraucht und wenn alle verbraucht sind, dann spüre ich die Ego-Depletion wieder. Und dann merke ich, okay, jetzt habe ich keine neuen Indexneuronen zur Verfügung und jetzt wird es gut sein, wenn ich mal Pause mache und am besten ins Bett gehe, schlafe und wieder einen reinen Tisch mache, ja, um bei der Metapher zu bleiben. Naja, und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich keine Indexneuronen habe und etwas passiert, was ich mir trotzdem merken sollte. Ein klassisches Beispiel für mich ist immer, ich sitze hier oben und bin müde, habe einen langen Arbeitstag gehabt, will eigentlich nichts mehr hören und dann rumpelst du plötzlich unten im Keller. Könnte jemand eingebrochen sein, könnte eine Katze sein, könnte was auch immer sein, aber da ist irgendwas, was nicht gut ist, erst mal, ja, also gehe ich da runter und ich stehe dann fest, ich habe das Fenster offen gelassen, was auch immer oder es ist Gott sei Dank kein Einbrecher, die Katze kommt nicht mehr raus, was auch immer die Sache ist, aber sie ist so merkwürdig, sage ich mal, also würdig zu merken, dass mein Hippocampus sich das merkt. Ich werde am nächsten Tag wissen, dass ich da im Keller unten war. Ja, obwohl die Indexneuronen eigentlich gar nicht da waren. Der Notfallmechanismus in dem Fall ist, dass tatsächlich Alter Erinnerungen überschrieben werden müssen. Okay, da ganz kurze Frage, aber man weiß ja gar nicht, welche alte Erinnerung dann weg ist. Nee, weiß man nicht. Das ist quasi, das ist dann willkürlich, das passiert einfach. Das ist ziemlich willkürlich, würde ich vorausstellen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal, vielleicht gibt es sogar irgendeine Möglichkeit, dass das Gehirn sagt, naja, es gibt wichtiger und unwichtiger, dann nach der Emotionsstärke, dass nur die Emotionsschwachen gelöscht werden, weil alles, was Emotionsstark ist, das ist sozusagen ja auch das Signal für den Hippocampus, dass es lebenswichtig sein könnte. Je stärker eine Emotion ist, die mit etwas einhergeht, das ist ja sozusagen dann der biologische Mechanismus, der sozusagen Wichtigkeit signalisiert. Es ist auch der Grund, warum wir auch so viele Dinge aus der Vergangenheit, also Kindheit auch einfach vergessen und nur diese oftmals sehr emotionalen Momente, egal ob jetzt Freude oder Trauer, diese kleinen traumatischen Erlebnisse, die jedes Kind eigentlich hat, dass man dann alles andere auch oftmals vergisst und gar nicht mehr weiß. Wie war das da eigentlich? Ja, es sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen. Das eine ist, was Sie sagen, es war sehr prägend, es war sehr emotional. Das andere ist natürlich, dass diese prägenden Sachen mir immer wieder ins Gedächtnis kommen. Und das Verrückte ist, in dem Moment, wo ich drüber nachdenke und es wieder neu in den Kontext setze, genau in dem Moment entstehen ja wieder neue Erinnerungen. Das heißt, ich muss wieder Indexneuronen bemühen. Man erinnert sich an die Erinnerung. Genau. Und wenn ich das mehrfach gemacht habe, kann es sein, dass die neuen Erinnerungen, die eigentlich nur, also nicht das Erlebnis selbst, sondern die neuen Erinnerungen, die eigentlich in Erinnerung werden. Denn wenn ich zehnmal etwas sozusagen jemand erzählt habe, dann habe ich sozusagen eine Konkurrenz zwischen der Erzählung des Inhalts und dem eigentlichen Erleben. Und dann passiert es oft, dass Leute dann wirklich ihre eigenen Geschichten glauben. Ja, es ist gar nicht so passiert, aber sie sind hundertprozentig sicher, weil sie haben es ja schon zehnmal erzählt. Und es ist auch keine Lüge, weil die sind selber davon überzeugt. Absolut, ja. Ja, ich verstehe. So funktioniert das. Das heißt, jetzt haben wir schon ein ganz wichtiges Kriterium für das Buch gefunden. Also eine Eigenschaft, die eben wichtig ist. Wir brauchen die Indexneuronen, wir brauchen die Neurogenese. Sonst laufen wir Gefahr unter emotional stressreichen Bedingungen überschreiben zu müssen. Und jetzt ist es so, einerseits, jetzt sagen wir mal so, die Indexneuronen haben natürlich noch andere Funktionalitäten. Wir sprachen vorhin drüber, dass der Hippocampus die Eigenschaft hat, den Stress zu regulieren. Und dazu sind diese Indexneuronen notwendig. Die sehen ja als erstes sozusagen, was Neues passiert. Also den Hund, der bellt, wenn ich mit dem Fahrrad da fahre. die Indexneuronen merken sich dieses Ereignis. Sie sind die, die jetzt als erstes sozusagen diese Information aufnehmen. Sie sind auch ganz nah zu den anderen Indexneuronen, die ähnliche Sachen erlebt haben und dann sofort die Verbindung schaffen und sagen, na, gefährlich, nicht gefährlich. Und dann gleichzeitig registrieren die den Stresslevel. Die haben einen Stressrezeptor. Ich habe vorhin gesagt, Leute, die zum Beispiel ein starkes Trauma erlebt haben, das so stark ist, dass es sie lange beschäftigt, kann passieren, dass dann dieser Stressrezeptor epigenetisch downreguliert wird. Die spüren den Stress, also die Zellen spüren den Stress nicht mehr. Das heißt, die Regulation fällt flach und die haben einen kontinuierlichen hohen Stresslevel. Hohe Cortisolspiegel haben zwei negative Auswirkungen auf den Hippocampus. Erstens, sie unterdrücken die Neurogenese. Das heißt, die Indexneuronenproduktion erliegt. Zweitens sind sie neurotoxisch. Das heißt, der Hippocampus fängt an zu schrumpfen. Und tatsächlich, Leute, die das sogenannte posttraumatische Stresssyndrom haben, haben charakteristisch einen kleinen Hippocampus. Würde ein kleiner Hippocampus sich auch auf die kognitiven Fähigkeiten auswirken? Absolut. Und damit meine ich jetzt tatsächlich IQ-Intelligenz? IQ ist weniger. Das ist eher so die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig im Kurzzeitgedächtnis zu jonglieren. Und Kurzzeitgedächtnis meine ich jetzt wirklich nur Hirnströme im Frontalhirn. Hat nichts. Viele verwechseln im Kurzzeitgedächtnis mit Hippocampus, weil Kurzzeit sind wirklich nur ein paar Sekunden. Und der Hippocampus ist ein mittelfristig, langfristiges Gedächtnis. Und dadurch wird der IQ eigentlich gemessen. Aber was natürlich sicherlich leidet, ist unsere Fähigkeit, Dinge in Beziehung zu setzen. Das soziale Gedächtnis leidet darunter. Die Fähigkeit, über den Tellerrand zu gucken, leidet darunter. Also die Fähigkeit, auch kritisch zu sein, von mir aus, wenn man so will. Absolut. Und da habe ich ein Buch darüber geschrieben, das ist auch in einem neuen Buch, ein ganzes Kapitel. Da geht es eben darum, 2002 wurde der Nobelpreis vergeben an Daniel Kahnemann und Richard Vernon in Wirtschaft. Richard Vernon war ein reiner Wirtschaftler, aber Kahnemann, das war ein interessantes, der einzige bisherige, glaube ich, Psychologe, der einen Nobelpreis bekam, weil für Psychologen gibt es ja keinen und den hat er in Wirtschaft bekommen. Und es geht darum, wie wir in kritischen Situationen Entscheidungen treffen. Und er hat etwas herausgefunden, nicht nur alleine, aber er war mit maßgebend, dass man herausgefunden hat, dass wir im Prinzip über zwei Denksysteme in unserem Gehirn haben. Er nennt es System 1 und System 2. System 1 ist das schnelle Denken, System 2 ist das langsame Nachdenken. Es gibt auch ein Buch von ihm, Thinking Fast, Thinking Slow oder schnelles und langsames Denken. Meiner Ansicht nach ist es falsch, ich gebe bei Griff, weil das schnelle Denken gar kein Denken ist. Wir denken nicht wirklich nach. Das ist der Autopilot, würde ich gerne sagen. Das ist der Autopilot. Das ist Atmen oder, also ich weiß nicht, also diese ganzen normalen Reaktionen oder nicht? Ja, das Atmen ist angeboren, also das sind angeborene Reflexe, aber es sind erworbene Reflexe. Ah, okay. Das ist nochmal was anderes. Deswegen nennt das auch neokrotikale Reflexe. Also zum Beispiel, dass man in die Küche geht abends und den Herd ausmacht. Das mache ich jeden Abend. Schau nochmal nach, ob es aus ist. Fast regelmäßig, wenn wir dann oben im Schlafzimmer sind, sagt meine Frau, haben wir jetzt den Herd wirklich ausgemacht? Man hat nicht drüber nachgedacht. Es ist nicht bewusst, also es ist eine Eigenschaft, es ist System 1 Denkens, was kein Denken ist, es läuft unbewusst. Es ist auch diese Programmierung, die wir ja auch bekommen. Genau. Oder also auch, dass man, man kennt es doch im Supermarkt, wenn jemand ganz reflexartig, ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Feierabend, obwohl das gar nicht passt in dem Kontext oder so. Das ist irgendwie so, Floskeln, die einfach so rauskommen, ohne, man hat da nicht drüber nachgedacht. Genau, und manchmal wäre es besser, man hätte nachgedacht, weil die Person möglicherweise gerade ihren geliebten Mann verloren hat oder was auch immer. Man kann das nicht wissen. Ja, man könnte, man hat es vielleicht irgendwo gehört, aber man denkt eben nicht drüber nach, wie geht es der Person eigentlich und macht einfach diese Floskeln. Das ist System 1 und System 2 ist etwas komplizierter, das braucht Energie, mentale Energie, deswegen, unser Gehirn versucht Energie zu sichern, also zu safen, also was heißt das nochmal auf Deutsch? Sichern. Sichern, ja, dass man eben nicht viel Energie verliert, dass man in Notfallsituationen noch Energie übrig hat. Deswegen schalten wir das System 2 nur bei Bedarf ein. Okay. Und System 2 unterliegt der Ego-Depletion. Das heißt, je mehr wir schon System 2 benutzt haben, umso weniger wahrscheinlich werden wir im Bedarfsfall wieder System 2 einschalten. Und diese mentale Energie, die wurde schon 2002, als der Nobelpreis vergeben wurde, als solche beschrieben, dass sie limitiert zur Verfügung steht, dass sie sich depletiert und dass man über Nacht wieder neue regeneriert. Aber niemand wusste, absolut niemand, vor 20 Jahren und eigentlich bis mein Buch Das erschöpfte Gehirn rauskam, gab es keine vernünftige These, aus was diese Energie eigentlich besteht. Und ich konnte jetzt eben zeigen, ich bin ja auch gerade eingeladen worden, da einen wissenschaftlichen Artikel drüber zu schreiben, in Frontiers of Psychology, nachdem ich da einen Vortrag gehalten hatte in München an der Uni, dass diese Energie eigentlich aus den freien Synapsen der Index-Nurone besteht. Solange ich freie Synapsen zum Zwischengedanken mir zu merken noch habe, kann ich überhaupt über ein Problem nachdenken. Ja, ich kann ja nur über etwas nachdenken, wenn ich die Fähigkeit habe, meine Gedanken, meine Zwischengedanken in der Komplexität zwischenzuspeichern. Zum Beispiel, wenn ich mir überlege, ändere ich meinen Lebensstil. Will ich jetzt eine Diät machen oder will ich keine Diät machen? Will ich Fahrrad fahren, will ich kein Fahrrad fahren? Da muss ich ja mir überlegen, was hat das für Konsequenzen? Wie organisiere ich meinen Tag? Was hat das auf meinen Partner? Was sagen die Geschäftsfreunde zu mir, wenn ich plötzlich sage, will ich jeden Tag zwei Stunden Rad fahren und die 18 Stunden arbeiten? Was für Konsequenzen hat das? Und all diese Zwischengedanken muss ich ja sozusagen in meinem Hinterkopf behalten. Und Hinterkopf ist hier falsch, tatsächlich der Hippocampus. Ich muss mir das merken können, um dann im Notfall bei der Zwischenanalyse und bei der Endanalyse all das nochmal gegeneinander abwägen zu können. Das macht dann zwar das Frontalhirn, das Kurzzeitgedächtnis, aber die Informationen muss jemand zwischenspeichern. Das kann nur der Hippocampus. Und wenn es natürlich jetzt eine Ego-Depletion stattgefunden hat, wenn keine Indexneuronen mehr da sind, wenn die Energie sozusagen dann weg ist, von der Kahnemann-Sprach, dann möchte ich das nicht mehr machen. Dann kann ich nicht diese Gedanken nicht mehr fassen. Dann sage ich mir, nee, nee, lass uns morgen früh nochmal drüber nachdenken. Jetzt geht nichts mehr. Und das heißt, die Indexneuronen sind auch letztendlich die mentale Energie, die wir brauchen, um über den Teller hinzugucken. um uns Gedanken zu machen, tatsächlich nachzudenken. Und eine andere Funktion der Indexneuronen ist, dass die Synapsen einen sogenannten juvenilen Charakter haben. Die sind so lernfähig, wie man sie eigentlich nur von Synapsen kennt, die Kleinkinder haben. Und deswegen kann man ganz ungeniert sagen, die Indexneuronen, die neu, die entstanden sind, sind das neuronale Korrelat unserer Neugier. Und ich meine, dass Neugier nicht einen negativen Sinn, sondern Neugier, dass wir wissen wollen, wir wollen lernen. Und das hat auch einen ganz funktionellen Aspekt, denn wenn wir nichts Neues lernen, dann werden zwar diese Indexneuronen möglicherweise produziert, aber wenn die Synapsen nicht gebraucht werden, dann sterben die wieder. Über 90 Prozent der Indexneuronen, die produziert werden, sterben gewöhnlich wieder. Man nennt das einen Prozess Apoptose. Wir haben sozusagen ein eingebautes Selbstmordprogramm. Das heißt, wenn die entstehen, aber wenn das Gehirn sie nicht braucht, eliminieren die sich selbst. Also 90 Prozent eliminieren sich sowieso selbst. Es sei denn, ich lege nicht. Auch in jedem Gehirn. Das ist so der Schnitt. Schon viel, aber dann sind ja schon ziemlich viele da. Da muss man sich dann wirklich Gedanken darüber machen, dass man nicht genug hat, wenn 90 Prozent sowieso abstellen. Das ist der Idealfall und diese Zahlen kommen alle aus Tierexperimenten, wo man sozusagen die Tiere unter idealen Bedingungen hält. Bei Menschen ist das große Problem, dass wir viel zu wenig Indexneuronen produzieren. und möglicherweise sogar die fast brachlig, die Produktion. Das kann man daran erkennen, dass der Hippocampus aufgrund dieser Indexneuronenproduktionskapazität lebenslang wachsen müsste. Die Realität ist allerdings, der moderne Mensch hat, wenn er erwachsen ist, eine Schrumpfungsrate zwischen 1 und 1,5 Prozent. Das heißt, jedes Jahr pro Jahr. Jedes Jahr schrumpft der Hippocampus des Erwachsenen, Mitteleuropäers, Amerikaners, Chinesen. Also überall, wo man Messungen gemacht hat, ist diese Rate von ungefähr 1,4 Prozent plus minus 0,1 Abfall des Hippocampus-Volumens mit der Lebenszeit. Und die Kleine der Hippocampus ist ein pathognomonischer Marker, also ein klinischer Marker für die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel auch Alzheimer entwickle. Ich habe da ein Paper geschrieben, das heißt Unified Theory of Alzheimer's Disease, da zeige ich auf, dass die Produktion neuer Hirnzellen im Hippocampus sozusagen der Mechanismus ist, der uns für Alzheimer schützt. Und wenn das brach liegt und der Hippocampus schrumpft, dann werden all diese Mechanismen in Gang gesetzt, die letztendlich zu Alzheimer führen. Und dazwischen liegt noch die Depression. Die Produktion neuer Hirnzellen im Hippocampus ist sozusagen der Grund, warum wir eine psychische Resilienz haben. Dass ich adäquat reagiere, wenn zum Beispiel der Hund mich anbellt. Dass ich nicht überreagiere und chronisch sozusagen jetzt in einer Schreckreaktion mich befinde, die nicht mehr aufhört. Und das ist eben das Problem, wenn die Neurogenese nicht stattfindet, dann habe ich eine schwache Resilienz und die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts oder langfristig einer Depression sind sehr, sehr hoch. Und alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, machen nichts anderes, als die Neurogenese aktivieren. Hat man aber erst später herausgefunden. Aber das ist ja dann etwas Positives, oder? Es ist an sich etwas Positives, nur, damit kann man auch die Neurogenese ankurbeln. Das Problem ist nur, damit die Neurogenese stabil bleibt, hat der Körper es so reguliert, dass die nur dann hoch reguliert wird, wenn wir uns, was ich artgerecht nenne, artgerecht verhalte. Wie vorhin schon gesagt, der Hippocampus ist eine ganz alte Struktur. Die gab es schon vor der Menschheit. Und man kann sehr, sehr gut sehen, was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass das Gehirn weiß, oh, es wäre sinnvoll, viele, viele neue Hirnzellen zu produzieren. Also, woran merkt das Gehirn, dass es vielleicht notwendig sein könnte, dass man eine tolle Neurogenese hat, eine richtig hochgefahrene Index-Neuronen-Produktion. Und da gibt es ganz viele Mechanismen. Ein Mechanism ist zum Beispiel, dass man Lebenssinn hat. Dass man tatsächlich etwas erlebt. Dass man aufsteht morgens und eine Aufgabe hat, die einen erfüllt. Ein anderer Mechanismus, der ist also auch aus prähistorischen Zeiten und der gilt leider heute auch noch, werden viele nicht mögen, man muss sich körperlich bewegen. Weil nur wer die Höhle verlassen hat, sage ich mal so bildhaft gesprochen, hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass er etwas erlebt, was er sich merken muss. Wo finde ich was zu essen? Wo ist ein Fressfeind? Also, wo ist ein Feind, der mich vielleicht töten könnte? Und das sich zu merken, kann ich ja nur, wenn ich eine gute Index-Neuronen-Produktion habe. Und deswegen, wenn ich mich anfange zu bewegen, werden bestimmte Hormone freigesetzt, Wachstumshormone, Erythropoietin, die Blutgefäße fangen an zu wachsen, meine Muskeln, weil ich ja Sport treibe. Und diese ganzen Hormone haben nicht nur die Funktion, dass wir körperlich fitter werden, sie regen auch ganz potent die Neurogynesium-Hypocampus an. Nein, deswegen sagt man ja auch, und mittlerweile ist es relativ schon im Mainstream angekommen, dass gegen Depressionen auch einfach Sport hilft. Bewegung ist das Beste gegen Depressionen aus diesem Grund. Es ist besser wie jedes Antidepressivum, weil es auch die Rezidivrate, dass es wahrscheinlich wieder eine Depression kommt. Also, ich kann mit Antidepressivum vielleicht ein bisschen mich besser fühlen eine Zeit lang, aber irgendwann lässt diese Wirkung nach. Und weil die bessere Wirkung wäre und die langfristigere, potentere ist, eben sich zu bewegen, weil es da Dutzende von Hormonen sind, die dann aktiviert werden. Ein anderes Ereignis, was zum Beispiel bei einer Frau sehr, sehr prägend ist, ist natürlich die Geburt des eigenen Kindes. Und da Menschen natürlich, Kinder, also Babys, die geboren sind, 100 Prozent abhängig davon sind, dass die Mutter sich um das Kind kümmert, nicht lebensfähig sind, ist nämlich für das kindliche Überleben die Mutter-Kind-Interaktion wichtig. Also die Bindung zwischen den beiden. Und Bindung beruht immer auf Gedächtnisinhalten. Ich muss ja immer am nächsten Tag wissen, dass es mein Kind ist, erst mal ganz banal. Ich sollte aber auch natürlich das Kind lieb haben. Das heißt, ich muss alles, was das Kind sozusagen von sich gibt, jedes Lächeln, jede Regung, nimmt die Mutter auf. Und um das zu gewährleisten, ganz interessant, das Hormon, was die Gewehen auslöst, der heißt Oxytocin. Oxytocin ist der potenteste Wachstumsfaktor, den wir kennen für die Neurogenese im Hippocampus. Auch Prolactin, was zum Beispiel die Milchgrüßen anregt, ist ein potenter Wachstumsfaktor für die Hippocampus. Das ist ein Prolactin, ist doch auch für PMS verantwortlich. Ja, aber der Mangel. Ah, okay. Ach so, okay. Alles klar. Aber Oxytocin ist doch auch das sogenannte Kuschelhormon. Ja, genau. Und das hilft bei der Neurogenese. Das ist ein, Kuscheln heißt ja, ich kuschle ja nur mit jemandem, den ich gerne mag, ja, normalerweise. Und die Paar, deswegen nennt man es auch Paarbindungshormone. Und die Paarbindung beruht ja eben darauf, dass wir, dass wir eine Erinnerung entwickeln für den Partner, für seine Eigenschaft, dass wir mit dem alles wissen, was der will, was er mag, was er nicht mag. Und umgekehrt natürlich genauso, und dass man gemeinsame Erlebnisse hat, die sich merkt und eine gemeinsame Historie aufbaut, um aus dieser gemeinsamen Historie eine gemeinsame Zukunft bilden zu können. Auch die Planung zukünftiger Events wäre ohne Hippocampus ja nicht möglich. Und deswegen ist es halt ganz wichtig. Allerdings Oxytocin, habe ich im Buch beschrieben, ist nämlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hilft es natürlich, dann Gruppen zu bilden, aber das In-Group fühlen wir uns wohl, führt natürlich automatisch zu einem Out-Group, die mag ich nicht. Und das zu überwinden, ist einer der Punkte, die ich anspreche in meinem letzten Kapitel, dass wir merken, dass eben wir nicht nur die Empathie mit dem Partner sozusagen pflegen müssen, sondern auch so etwas wie eine rationale Compassion, ein rationales Mitgefühl für andere entwickeln, die außerhalb unseres Tellerrands sitzen. Und dazu brauche ich eigentlich wieder System 2. Naja, und jetzt wissen wir schon ziemlich viel über die Bedeutung der Indexneuronen. Ich wollte gerade sagen, also ich will jetzt einmal zusammenfassen, weil dann würde ich gerne zu dem zweiten Teil quasi kommen, wie es quasi systematisch zerstört wird, augenscheinlich, das ist ja Ihre These. Und zwar, wir haben gelernt, dass der Hippocampus ist unabdingbar, also wir brauchen den. Wir haben gelernt, dass Indexneuronen immer wieder neu produziert werden, also unser Gehirn kann sich, ja, rejuvenate, ich bin, jetzt kommen wir in diese ganzen englischen Begriffe, aber genau, kann erneuern, wir brauchen den Schlaf, Ego-Depletion bedeutet, wenn wir am Abend einfach fix und fertig sind und nichts mehr neu aufnehmen können, ich glaube, dieses Gefühl kann jeder nachvollziehen. Dann haben sie auch erläutert, dass es langsames und schnelles Denken gibt, also langsames Denken ist so dieses kritische, hinterfragende, abwägende, über den Tellerrand Denken, ja, das ist auch sehr schön und das schnelle Denken ist eher so das Programmierte, ja, nicht Autopilot, das ist nicht ganz richtig, sondern eher so das, was man gelernt hat über die Zeit. Also der Wort Quick, ein anderer Nobelpreisträger, ein anderes Mal den Zombie-Modus. Ah ja, okay, so kann man das quasi eine Negativinterpretation, aber ich würde sagen, dass manche Dinge da vielleicht auch notwendig sind. Es ist gar nicht negativ, es geht nicht um Hollywood-Zombies, die haben Bewusstseinsforschung gemacht und dem Zombie-Wesen als philosophisches Wesen hat kein Bewusstsein, agiert aber so, trotzdem so, als wenn es ein, wir würden es gar nicht merken, dass jemand unbewusst, also ohne Bewusstsein mit uns interagiert. Also wenn jemand mit System 1 uns Hallo sagt und die Flusteln runterbetet, ganz unbewusst, einfach so, wie wir es vorhin ja besprochen haben, dann ist es kein bewusstes Wesen, was mir gegenüber sitzt. Der kann sich möglicherweise gar nicht erinnern mehr daran, dass er mir gerade Hallo gesagt hat. Auf Neudeutsch, ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, würde man das als NPC bezeichnen, Non-Player-Character. Okay. Kommt aus der Spieleindustrie, also es kommt aus dem Gaming und es sind ja die Figuren in einem Spiel, die quasi keine aktive Rolle spielen, sondern die einfach da sind, so Non-Player-Characters einfach. Und ich glaube, das ist im Endeffekt... Das sind Zombies. Ja, das ist... Aber philosophisch betrachtet Zombies. Und das werden auch eher despektierlich natürlich die Personen bezeichnet, die jedes Narrativ schlucken. Also es gab so ein Meme, I'm for the current thing, also mit Regenbogen und Ukraine-Flagge. Ich würde es jetzt nur mal darstellen, wie das so im Internet, wie damit gespielt wird. Okay. Und das sind dann quasi die NPCs. Also so. Und das klingt ja im Endeffekt wie, als wenn dann nur dieser Zombie-Modus aktiv wäre. Ja, das war auch mal ein Titel für das Buch, also der Arbeitstitel. In meinem Computer ist tatsächlich das Buch nicht unter indoktrinierendem Gehirn abgespeichert, sondern unter einem ganz anderen Titel, mit dem ich gearbeitet habe ursprünglich. Das war die Zombie-Aprolypse. Aber jetzt nicht Zombie im Sinne von die Toten stehen auf oder sowas, sondern Zombie im Sinne, dass die Menschheit gefangen ist im reinen System 1-Denken oder nicht-Denken. Und tatsächlich nur noch reflexhaft auf alles reagiert. Und zwar Reflexe, die jetzt sozusagen von irgendjemand eindoktriniert worden sind. Genau. Und da haben wir ja jetzt schon einen richtig schönen Übergang zu quasi dem zweiten Teil. Ich hatte ja schon eingangs erläutert, ja, unser autobiografisches Gedächtnis wird angegriffen sozusagen. Ich glaube, wir haben jetzt alle verstanden, wie das ungefähr funktioniert, was wir brauchen im Bestfall. Und Sie sagen eben in Ihrem Buch, dass dieses autobiografische Gedächtnis systematisch zerstört wird von einer sogenannten technokratischen Elite. Und dass vor allem die Corona-Maßnahmen als so eine Art Startschuss gedient haben. Jetzt muss man natürlich als Grundvoraussetzung für diese These auch ein bisschen an die klaus-schwabsche Dystopie glauben. So habe ich das mal bezeichnet. Also diese Vorstellung, dass wir diesen Great Reset haben. Sie beschreiben dann, dass es vor diesem Great Reset eine Art Great Mental Reset geben muss. Und Sie wagen auch die These oder Sie wagen auch zu sagen, dass Corona nicht nur eine Gelegenheit war, die sicherlich von vielen verschiedenen wirtschaftlichen Zweigen ausgenutzt wurde. Ich glaube, das ist unstrittig. Aber Sie gehen ja auch noch weiter und sagen, dass Corona auch als Inszenierung gelten kann. Und dass es quasi absichtlich ist, um diesen Angriff auf unser Gehirn durchzuführen. Jetzt könnten Sie vielleicht mich einmal davon überzeugen, weil ich bin einfach nicht ganz davon überzeugt, dass Corona eine Inszenierung war. Und damit mache ich mich bestimmt auch nicht ganz beliebt bei meinen Zuschauern. Aber vielleicht könnten Sie mich einfach mal davon überzeugen, warum Sie glauben, dass das eine Inszenierung war. Ganz ehrlich gesagt, es hat mit Glauben nichts zu tun, weil die Spielregeln, wie das sozusagen abzulaufen hat, die alle vorher festgelegt worden sind, in öffentlichen Dokumenten nachzulesen. Und genau so lief es ja dann auch ab. Sie sprechen jetzt von diesem Event 201. Zum Beispiel, aber das war nicht der Einzige. Es gibt genügend Pläne, die vorher schon publiziert worden sind. Im Global Vaccination Summit wurde darüber diskutiert. Dann gibt es ja die ganze Koordinierten, sozusagen WHO, Bill Gates Stiftung, Schwabsches Unternehmen, der WEF. Die haben ja alle sozusagen gemeinsam immer wieder Meetings abgehalten, auch mit der Rockefeller University, um zu zeigen, was soll passieren in diesem Impfjahrzehnt 2010, 2020, um dann den Höhepunkt 2020 zu haben. Darf ich ganz kurz da einmal noch kurz reingehen? Und zwar, was dieses Event Tour One oder ähnliche Events anging. Dort wird ja quasi das pandemische Szenario geübt, sozusagen. Aber so wie ich das verstanden habe, war, ist das auch quasi deren Aufgabe, es so zu machen. Das haben die sich zur Aufgabe gemacht. Die hat niemand gebeten. Aber es gibt ja immer wieder Institutionen oder auch nicht demokratisch gewählte Institutionen, die sich irgendwas zur Aufgabe machen und die dann irgendetwas testen, irgendwelche Krisenszenarien durchgehen. Unterschiedlichster Natur. Also habe ich das so interpretiert, dass das ja eigentlich quasi innerhalb von dem, was sie sich zur Aufgabe gemacht haben, einfach normal ist, dass sie dieses Szenario durchgehen. Ja, aber man kann alle möglichen Szenarien durchgehen. Man kann Bücher über alle, Drehbücher über alles mögliche in der Welt schreiben. Absolut, genau. Und das wurde vielleicht auch gemacht. Aber die Frage ist natürlich, wenn man dann die Welt dazu bringt, diese Drehbuch auch zu leben. Also nicht nur einfach zu schauspielen, also tatsächlich umzusetzen und zu leben. Dann ist es mehr wie nur ein Spiel. Dann ist es ja Realität geworden. Und da steht zum Beispiel, ja, Event 201, glaube ich, war es, wo man eben zehn Maßnahmen, was sozusagen zu passieren hat bei einem Coronavirus-Angriff, was schon ganz witzig war, dass es ein Coronavirus war. Da haben sie sich dann auch entschuldigt, ein halbes Jahr später, dass es zu nah an der Realität war, aber auch natürlich rein zufällig. Und dann hat man zehn, ich nenne es die zehn Gebote im Buch. Und eine dieser Gebote ist zum Beispiel, dass eine massive Zensur der sozialen Medien stattfinden soll, was dann im März 2020 natürlich dann auch stattfand. Also man hat sich dann genau an die Regeln gehalten und plötzlich müssen wir jetzt beide jetzt Angst haben, dass das, wir gerade besprechen, hier bei YouTube gelöscht wird. Ja, also da haben wir schon sozusagen jetzt einen Teil dieses Inszenierens. Aber es geht noch viel tiefer, weil das SARS-CoV-2, das Virus ja tatsächlich aus Wuhan kommt, aus dem Labor kommt. Ist das jetzt mittlerweile gesichert? Weil das war ja nur eine Theorie. Sicherer kann es gar nicht sein. Ich kann es Ihnen auch erklären. Wenn Sie es kurz können. Ja, es ist zwar wichtig, weil diese Erklärung ist ganz entscheidend für das, was wir nachher noch besprechen müssen, wenn es um den Angriff aufs Gehirn geht. Ich will noch ein bisschen ausholen. SARS-CoV-1 ist ja der Vorläufer von SARS-CoV-2. Deswegen haben Sie auch die Nummerierung. SARS-CoV-1 hat für eine respiratorische Erkrankung 2002, 2003 gesorgt. Man hat dann viele Studien gemacht an dem Virus, später dann. Also medizinische und wissenschaftliche Studien. Und eine der interessanten Studien, die für mich interessant waren, weil ich mich eben mit dem Hippocampus beschäftige, war die, dass man herausgefunden hat, dass das Spike-Protein der Coronaviren, wenn es sozusagen an Immunzellen andockt, das ist ja die Andockstelle des Virus an unsere Körperzellen, die Noppen, die Zacken der Kronen, das sind die Spikes, dass das ganz effizient sogenannte anti-, also pro-inflammatorische Bodenstoffe, man nennt die auch Zytokine, pro-inflammatorische, also entzündungsförderliche Zytokine freisetzt. Und die Kombinatoren dieser Zytokine, Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha, Tumor-Nekroße-Faktor-Alpha, Interleukin 10, sind die potentesten Hämmer der Neurogenese im Hippocampus. Das hat auch eine biologische Funktion, wenn ich eine starke Entzündung habe, dann wird der Körper von mir alle Energie aufwenden, diese Entzündung zu bekämpfen. Und Energie, sozusagen, die jetzt für den Akutfall nicht notwendig ist, ist zum Beispiel, die man nicht verschwenden will, neue Zellen zu bilden. Also überall, wo die Stammzellen sich vermehren, duplizieren, damit neue Zellen entstehen können, wie zum Beispiel im Hippocampus, aber auch in der Leber oder wenn ich irgendeine Wunde habe, in der Wundheilung, diese ganzen Prozesse werden gestoppt. Aufgrund einer akuten Entzündung, die jetzt bekämpft werden muss. Gleichzeitig geht der Cortisol-Spiegel hoch, der Stress-Spiegel hoch. Cortisol unterdrückt eben auch die Neurogenese im Hippocampus, aber auch alle andere Wundheilungen. Und der Stress heilt man nicht gut. Und das ist eine natürliche Funktion. Das Problem ist nur, wenn das Ganze chronisch wird, sowohl chronisches Stresslevel als auch chronisches Entzündungslevel. Dann führt das dazu, dass diese Entzündungsmarker, diese Bodenstoffe ständig hoch sind. Und wenn die ständig hoch sind, dann habe ich eine ständige Unterdrückung der Neurogenese im Hippocampus. Mit allen Konsequenzen. Und auch eine ständige Entzündung, oder? Ist das nicht so? Ja, eine ständige. Man nennt es dann, wenn es nicht akut eine Entzündung ist, mit Fieber und allem, dann nennt man das eine Silent Inflammation, also eine stille Entzündung, aber nevertheless immer noch eine Entzündung. Und man hat herausgefunden, dass eben diese ganzen Entzündungsmarker hoch gereguliert werden durch das Spike-Protein. Und das ist natürlich nicht gut. Aber kein Problem bei einer normalen Infektion, weil die ist nach ein paar Wochen weg und dann ist sozusagen das Problem gelöst. Jetzt hat man das Spike-Protein aber molekulargenetisch modifiziert. Man hat eine, und das war sozusagen die ganze Idee, zumindest nach den Publikationen, die bekannt sind, nach den geliebten Dokumenten, kommt von einem Think Tank, also einer Denkfabrik, der sogenannten DARPA, das ist sozusagen der Forschungsarm des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Die haben den Vorschlag gemacht, 2018, dass man in Coronaviren, um sie als Biowaffen sozusagen zu entwickeln, wie es ja in Wuhan gemacht wurde, dass man denen eine sogenannte Furin-Spaltstelle in das Spike-Protein einbauen sollte. Das hat virologisch bestimmte Bedeutung, weil diese Spaltung, die muss stattfinden, also eine gewisse Spaltung dieses Spike-Proteins, wenn die stattfindet, ist das Spike-Protein beziehungsweise das Virus infektiöser. Was aber dabei passiert, ist Folgendes, also um das Ganze zu erklären, Furin ist ein Enzym, eine Schere, die wir in unserem Körper haben, eine molekulare Schere, die hat, jede Körperzelle hat die. Und wenn man diese Furin-Spaltstelle jetzt in das Spike-Protein einbaut, dann wird das Spike-Protein in zwei Hälften geschnitten, in zwei Untereinheiten. Wir nennen das dann Spike SS, S1 die äußere und S2 die innere. Die S1 Untereinheit, die S2 Untereinheit. S2 ist nicht so relevant, die S1 ist die, die mit den Körperzellen interagiert. Und die S1 Untereinheit hat es diese, aufgrund dieser Furin-Spaltstelle ist jetzt in diesem Corona-Virus plötzlich erschienen. Kann ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen? Weil wir waren jetzt beim SARS-Kurv 1 und jetzt sind wir bei SARS-Kurv 2. Aber ist das bei beiden der Fall gewesen? Nein, nein, diese Furin-Spaltstelle gab es bisher noch nie, noch nie irgendwo. Aber das SARS-Kurv 1 hatte auch diese Spike-Proteine? Ja, die Spike-Proteine. Alle Koronaviren haben diese Spike-Proteine. Aber man konnte eben an SARS-Kurv 1 dieses Spike-Protein, was mit dem Spike-Protein von SARS-Kurv 2 sehr ähnlich ist, zeigen, dass es hirntoxisch ist. Okay, verstehe. Danke. Aber es ist ein respiratorischer Virus, der eigentlich nicht ins Gehirn geht. Insofern ist das Problem nicht so gewaltig. War denn SARS-Kurv 1 auch aus dem Labor? Ja, davon geht man aus, ja. Ist das schon Mainstream-Wissen? Ich will nur abwägen, was so... Ich habe schon Studie darüber gelesen, dass man davon ausgeht, auch dass das genauso zu der Zeit entwickelt worden ist, dass es ein erster Versuch gewesen sein sollte. Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber es gibt bestimmte molekulare Hinweise. Ich bin ja selbst molekulagenetiker. Also ich habe keine Ahnung, wie viele tausend PCRs ich entwickelt habe in meinem Leben schon. Ich denke mal, wie viele Viren ich schon umgebaut habe selber für Laborzwecke. sodass ich, dass die Eigenschaften, die das SARS-CoV-2 hat, es sind zu 99,999, ich weiß gar nicht, wie viele Neuner ich jetzt hin und dran machen muss, um die Wahrscheinlichkeit, also 1 in der Milliarde, ist nicht durch eine zufällige Mutation im Tierreich entstanden. Im Gegenteil, also man hat 2018 gesagt, da muss eine Furin-Spaltstelle rein, um es richtig gefährlich zu machen. Und diese Furin-Spaltstelle, die wird ja kodiert im Erbgut von dem Virus. Und der hat vier Buchstaben, der Code, der genetische, A, T, C, G. Und mit den Buchstaben definiert man dann praktisch, welche Aminosäuren an der Stelle sozusagen eingebaut werden müssen. Und die Aminosäuren in ihrer Summe bilden dann biologische Eigenschaften, wie zum Beispiel eine Schnittstelle für Furin. Und diese Sequenz, die man da eingebaut hat, sind 19 Buchstaben, ist identisch mit der Sequenz, die Moderna 2016 patentiert hat. Also eine dieser Firmen, die jetzt sozusagen Großkasse gemacht haben mit den Impfstoffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass so eine Sequenz von 19 Basen oder Buchstaben, die man sonst nirgends im Erbgut eines Coronavirus gefunden hat, man hat über 100.000 Spezies untersucht, um Wuhan herum. Also im ganzen Tierreich hat man Proben genommen, um irgendwo ein Virus zu finden, der irgendwo eine ähnliche Sequenz hat. Ist nicht gefunden worden. Also auch nicht von der Fledermaus? Nee, überhaupt nicht. Von diesem Bettmarken? Ist nirgends gefunden worden. Jetzt inzwischen findet man es natürlich, weil es springt ja auch vom Menschen wieder zurück auf Tiere und umgekehrt. Also momentan hat es jeder. Deswegen ist ja auch Herdenimmunität nicht möglich, weil da müssen wir auch alle Tiere im Wald impfen. Aber diese 19er Sequenz ist so einzigartig. Es würden, ich schätze mal, sechs Richtige im Lotto sechsmal hintereinander oder zehnmal hintereinander, um das als Zufall zu bezeichnen. Es ist unmöglich. Unwahrscheinlich. Es ist ja nicht unmöglich dann. Ja, ja. Aber äußerst unwahrscheinlich. Also ja, genau. Wie zehnmal im Lotto mit sechs Richtigen zu gewinnen. Äußerst unwahrscheinlich. Also ich würde sagen, okay. Und jetzt ist es so, also das Virus hat diese Phuvienspaltstelle, die 2018 gefordert wurde von diesem Think Tank, der DARPA. Die hat es offiziell abgelehnt, aber es ist dann trotzdem ein Virus erschienen ein Jahr später. Und diese Spaltstelle sorgt jetzt dafür, dass also jedes Virus, also wenn das Virus in unseren Körper eindringt, die Zellen, wo das Virus produziert wird, dann eben ein Coronavirus haben. Dann wird die S1-Subunit, die Untereinheit, abgespalten durch die Phurinase, also das Phurin in unseren Zellen. Und jetzt hat dieses S1-Subunit eine wunderbare Eigenschaft für den Angriff auf das menschliche Gehirn. Es überwindet von sich alleine schon die Blut-Hirn-Schranke. Das heißt, man findet schon nach einer Infektion über ein Jahr später noch die S1-Subunit im Gehirn der Menschen. Man hat ja auch gesagt, dass zum Beispiel Demenz durch eine Corona-Infektion begünstigt wird. Absolut. Ja. Absolut. Ich habe ja vorhin geschildert bei der Unified Theory of Alzheimer's Disease, dass ein Beschleuniger oder die Hauptursache für die Demenzen, vor allem die Alzheimer-Demenz in der menschlichen Population, ein Mangel an Neurogenese im Hippocampus ist. Und jetzt ist das Spike-Protein schon bei SARS-CoV-1 und jetzt die S1-Subunit von SARS-CoV-2, die direkt ins Gehirn kann und dann dort die Immunzellen aktiviert, um eben Interleukin-1, Interleukin-6, Interleukin-6 hoch zu regulieren, die man übrigens als Marker benutzt bei Covid-Patienten, um zu sehen, wie der ein Verlauf ist. Genau diese Botenstoffe werden gemessen im klinischen Setting, um zu gucken, laufen die Leute auf einen schweren Zytokinsturm hin, das ist ja wieder diese Zytokine, die eben diesen Sturm machen und letztendlich den Körper verletzen und töten können. Das eigene Immunsystem durch diese Überreaktion an dieser Produktion dieser Pro-Inzidin-Zytokine sorgt dafür, dass wir eben schwere Verläufe haben bis tödliche. Punkt ist, man hat sozusagen jetzt zugelassen, schutzlos die Menschen, dass sie eben mit dieses Sub-One-Unit ins Gehirn gelangt, dort eben diese Hormone hochreguliert, diese Bodenstoffe, die eben eine große Eigenschaft haben, neben der Entzündungsreaktion, eben dafür zu sorgen, dass die Neurogenese im Uppocampus langgelegt wird. Aber schon vorher, also das war schon schlimm für das Gehirn im ersten Jahr. der Corona. Also die Infektion überhaupt. Die Infektion überhaupt. Allerdings die Infektion ist nicht wirklich schlimm, weil selbst, glaube ich, bis heute sind es noch nicht mal 10 oder 15 Prozent der Deutschen, die überhaupt eine Infektion durchgemacht haben. Wirklich? Das sind ganz wenige. Aber ich hatte es doch auch. Ja, das ist ja ein Beispiel. Aber die Infektionsrate kann man daran messen, das hat man auch in England gemacht, dass wenn ich jetzt geimpft werde, mit diesem genetischen Material, dann entwickle ich Antikörper gegen das Spike-Protein. Aber nur gegen das Spike-Protein, weil nur das sozusagen ja verabreicht wird. Wenn ich, glaube ich, eine Infektion durchmache, dann sieht mein Immunsystem wie das ganze Virus. Also nicht nur die Zacken, die in der Impfung sind, sondern es sieht auch die Krone. Also das ist der Teil, der das Virus Genmaterial umhüllt. Genmaterial nennt sich Nukleid, das sind Nukliinsäuren. Und Kapsel ist die Kapsel drumherum. Und das Nukleokapsid, da der Name, da entwickeln wir auch Antikörper dagegen, NC-Antikörper. Und diese Nukleokapsid-Antikörper, die sind wesentlich immunogener. Das heißt, wer diese Antikörper entwickelt, hat eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, nochmal eine Infektion durchzumachen. Aber Sie sagen ja jetzt gerade, dass nur 10 Prozent der deutschen Infektionen... Ja, und jetzt kann man nachschauen, wie viele Leute haben Nukleokapsid-Antikörper, wie viele Menschen haben Spike-Antikörper. Und man sieht ganz klar, 80, 90 Prozent haben jetzt Spike-Antikörper. Das kam aber von der Impfung. Ja, weil sie eben keine Nukleosid... Genau. Ich zum Beispiel habe auch eine Infektion durchgemacht und ich habe beides. Aber ich habe ganz viele Nukleokapsid-Antikörper. Aber dann haben Sie sich impfen lassen und Sie haben impfen lassen. Nein, nein, nein. Da kommt ja beides. Spike wird ja auch mitgeliefert. Ach so, okay. Die Infektion ist immer beides. Okay. Aber wenn ich jetzt nur Spike nachweisen kann und kein Nukleokapsid, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich eben nur geimpft wurde. Und das kann man wahrscheinlich auch nur am Anfang nachweisen, weil das geht ja auch wieder runter. Ja, aber nicht auf null normalerweise. Die Zahlen sind publiziert. Also das kann man auch schon in den Kommentaren auch drunter machen. Aber dann frage ich mich, ob tatsächlich, weil in meinem Umfeld hat er ja im Endeffekt so gut wie jeder Corona. Also zumindest laut dem Antigen-Test, den man da gemacht hat. Das Problem ist folgendes. Da gab es in der Talente-Woche 50, ich glaube, das war 2020, hat das Robert-Koch-Institut, die machen alle zwei Wochen ein Sentinel-Report. Sentinels sind sozusagen Wächter. Das übersetzte Wort. Da nehmen die von ein paar tausend Leuten immer wieder von den gleichen Abstrichen und schauen, welche Infektionen kursieren gerade. Und von diesen Menschen hat natürlich viele im Winter eine Infektion, irgendeine. Und dann hat man nachgeguckt, welche Viren stecken dahinter. Und in einem Corona-Jahr, wo wir von einer dramatischen Corona-Lage sprachen, waren tatsächlich nur 4% aller Infektionen, respiratorischen Infektionen, waren nur 4% tatsächlich SARS-CoV-2. Also nur jeder 25. Wir haben aber nur über SARS-CoV-2 gesprochen. Das heißt, und ich teste auch nur auf SARS-CoV-2. Und die Tests sind oft falsch positiv. Das heißt, es ist so, wenn ich sage, naja, ich habe eine Brille auf, die sieht nur rote Autos. Und jetzt schaue ich mir ganzen Unfälle in Deutschland an. Und da ich ja nur die Unfälle sehe, die rote Autos machen, sage ich, die roten Autos müssen ja super gefährlich sein. Irgendwas an der roten Autofarbe muss sein, dass genau die Autos die Unfälle produzieren. Aber ja, gut, das war jetzt Ende 2020. Ich denke mir, dass dann irgendwie so drei Jahre später durchaus mehr Leute eine Infektion haben. Weil es ist halt, ich glaube ja auch, was ich sehe, und wenn in meinem Umfeld quasi 90%... Die sagen jetzt, sie haben, was ich gerade eben gesagt habe, ist, dass nur ein 25. aufgrund dieser Sentinel-Studie tatsächlich SARS-CoV-2 positiv sind, obwohl sie eine Infektion haben. Aber die falsche Positivraten beim Schnelltest und beim Corona-Test mit zum Teil 45 Zyklen, was absoluter Irrsinn ist. Bei dem PCR-Test. Bei dem PCR-Test. Als Goldstandard. Das kriegt man ja fast im Labor gar nicht mehr hin, dass es nicht positiv wird. Also ich habe da, ich habe selbst, glaube ich, eine Million PCRs gemacht in meinem Leben. Und alles, was über 30 Zyklen ist, ist hochkritisch, dass es kontaminiert oder cross-kontaminiert und falsch positiv ist. Damit reicht wirklich ein einziges Molekül, um Positivität zu haben. Ein einziges. Ich meine, da gab es ja auch viel Kritik. Und wenn ich jetzt nur das teste und alle anderen auslasse, hätte ich jetzt alle getestet, nur mit 30 Zyklen, dann hätten wahrscheinlich 80% dieser Tests einen ganz anderen Virus zeigen. Und wir sagen, ja, der Test war kontaminiert für SARS-CoV-2, aber es ist tatsächlich, keine Ahnung, ein Influenza-Virus. Okay, genau. Irgendein anderes, vielleicht auch, ob jetzt respiratorisch oder Influenza, sei es drum. Okay, verstehe. Ich finde es nur interessant, weil ich habe das jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Nee, ich meine, auch zum Beispiel 2020 gab es ja den RBI-Report, den die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, nach Abrechnung, wie viele sind respiratorische Infektionen 2020 gewesen in Krankenhäusern gegenüber 2019, wo es SARS-CoV-2 noch gar nicht gab. Und alle, wenn ich Leute frage, ja, wie viel Prozent hat man denn jetzt mehr gehabt in diesem Jahr der epidemischen Lage von nationaler Tragweite oder was immer das, wie das mit der Wortlaut da war, sagen alle, ja, doppelt so viel, dreimal so viel, muss ja ganz gravierend gewesen sein. Nee, es waren 20 bis 30 Prozent weniger. Wir hatten weniger respiratorische Infekte. Und die, die dann tatsächlich SARS-CoV-2 waren, da würde ich mir die Hand jetzt vorher legen, dass die Zahlen nur annähernd stimmen. Weil, wie gesagt, das ist ja alles, die Falsch-Positiven sind dramatisch, wenn man PCRs macht mit 45 Zyklen. Andererseits, wenn man geimpft wurde, wurde die Zyklenzahl reduziert auf 25. Aber nur für die Geimpften, damit dort sozusagen nicht Falsch-Positive entstehen können. Die wussten dann eher falsch-negativ sein, damit man sagt, die Impfung taugt. Das hat man ganz beziel gemacht übrigens. Also Unterschieden in der Sensitivität des Tests zum Faktor 100.000 zwischen Geimpften und Ungeimpften. 100.000 Sensibilität des Tests. Aber das ist wieder eine andere Sache. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Wir wollten ja eigentlich drüber reden, wie das Gehirn geschädigt wird. Durch eine Corona-Infektion. Und nicht nur die Infektion, eben auch die Maßnahmen. Also einerseits haben wir ja die Infektion, die eben dann eben das Spike-Protein produziert, das eben durch diese Furin-Insertion, die mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit genetisch manipuliert wurde, hat man eben die Aswan-Sabiene, die ins Gehirn geht und damit besonders effektiv im Gehirn diese Infektion auslöst. Also nicht die Infektion, sondern die Entzündung auslöst. Das ist ja nicht eine Infektion, das ist ja nur ein Protein, aber eine Entzündung auslöst. Und damit auch die Neurogenese hemmt. Ja, zum Beispiel. Aswan-Sabiene hat aber auch eine andere Eigenschaft. Die sorgt zum Beispiel dafür, dass das sogenannte Beta-Amylid sich falsch faltet, Konklamerate bildet. Und Konklamerate, also ein Beta-Amylid, eine ganz andere Geschichte wieder, ist, das nenne ich in meinen Büchern, das Alzheimer-Toxin. Das heißt, allein dadurch entsteigt die Alzheimer-Rate. Und das ist zum Beispiel wiederum in sich selbst ein Inhibitor der Neurogenese. Es ist hochkomplex. Der Punkt ist allerdings, ich schaffe mit der S1-Subunit eine Situation, wo das Gehirn, sozusagen die Produktion neuer Hirnzellen im Gehirn, beim Erwachsenen eben nur noch die adulte hipokampalen Neurogenese, unterdrückt wird. Ist es nachhaltig oder ist das auch immer nur vorübergehend? Naja, ich meine, solange das Zeug da ist, wird es weiterhin diese Entzündungsreaktion auslösen. Also aber die Infektion geht ja auch irgendwann mal vorbei. Aber das Problem ist, man kann es noch 15 Monate bei nicht Geimpften, nur bei Infizierten, hat man es noch 15 Monate danach nachweisen können. Die Level müssten bei Geimpften noch wesentlich höher sein. Da gibt es auch eben Studien, die zeigen, dass ein halbes Jahr, ein Jahr noch selbst die mRNA noch nachweisbar ist, also das genetische Material. Das heißt, es wird weiter produziert. Aber das größere Problem ist, dass ich ja die Empfehlung habe, jedes Jahr zu impfen. Es wird ja gerade vor wenigen Tagen, sagt die Ärztezeitung, Empfehlung von der STIKO und vom RKI, bitte jetzt auf den Herbst wieder impfen. Was macht keiner? Das hoffe ich jetzt nur. Ich hoffe, dass wir alle dazu beitragen, dass es keiner macht. Das ist ja... Also ich glaube, die Zahlen sind schon ziemlich eindeutig. Das ist ja gruselig. Ich glaube, die Grundimmunisierung waren, ich habe extra mal nachgeguckt, 62 Millionen. Dann die Booster-Impfung, das waren dann noch 52 Millionen, auch deutlich weniger. Und Leute, die sich dann danach noch haben eine oder mehrere Auffrischungsimpfungen geholt haben, waren 12 Millionen. Das ist ja ein gigantischer... Ja, ja, natürlich. Es ist ein Riesenabfall und es ist auch gut so. Ich bin Gott froh drum, also dass es in die Richtung läuft. Allerdings wird er ja ganz geschickt manipuliert jetzt. Jetzt wird es zum Beispiel als Doppelimpfung verkauft mit Influenza. Vor Influenza haben die Leute immer noch Angst vor der Grippe. Auch die macht deutlich Verläufe. Das heißt, wenn man sich die Grippeimpfung holt, ist die wahrscheinlich sehr groß, dass der Arzt sagt, komm, machen wir eine Doppelimpfung. Dann haben wir gleich beides drin. Naja, die Influenza ist ja für bestimmte Altersgruppen durchaus sehr gefährlich. Also ich glaube, das haben wir alle gelernt. Auch wieder, das ist der gleiche Denkfehler, Entschuldigung, den man uns propagandamäßig eingebläut hat bei Corona, gilt ganz vehement für die Influenza. Die Influenza ist ja eine respiratorische Erkrankung durch ein Virus genau gleich wie Covid. Da ist kein großer Unterschied, kein Wesentlicher. Na gut, aber Covid kommt ja angeblich aus dem Labor. Also dann gibt es ja schon einen wesentlichen Unterschied. Mein Körper weiß ja nicht, wo es herkommt. Mein Körper ist eine respiratorische Erkrankung und saisonal. Und kein Mensch, ist wirklich interessant, kein Mensch fragt natürlich, warum ist es eigentlich saisonal? Warum ist es saisonal? Warum ist es im Winter schlimmer wie im Sommer? Und schon vor 40 Jahren hat man herausgefunden, warum es bei Influenza so ist. Ganz einfach. Im Winter ist der Sonnenstand ein anderer. Wir produzieren weniger Vitamin D. Vitamin D als Hormon reguliert immunologisch unsere Fähigkeit, überhaupt auf Viren reagieren zu können, dass unser Immunsystem adaptiert und sozusagen das Virus kennenlernt und effektiver abwehrt. Es verhindert nicht, dass wir infiziert werden, aber es verhindert, dass wir einen langen Krankheitsverlauf haben, einen schweren Krankheitsverlauf haben und dass wir vor allem, dass wir eine sehr schnell eine Immunität aufbauen. Und dass es aber das kann, brauchen wir Vitamin D. Und wenn der Vitamin D-Spiegel im Winter runtergeht, dann ist eben der Nährboden gemacht in unserem Körper, dass wir diesen Mikroorganismen, diese Viren eben nicht vernünftig aufhalten können. Es gibt schöne Studien, die zeigen, unter vernünftigen Vitamin D-Spiegel halbiere ich die Zeit, mit der ich selbst infektiös bin. Also das ist der beste Fremdschutz, den man sich vorstellen kann. Und die Wahrscheinlichkeit, einen schweren Corona-Verlauf zu haben, geht auf null runter. Der schwere Corona-Verlauf oder Covid-Verlauf nennt man einen Zytokinsturm. Und der Zytokinsturm ist auch die Ursache für die schweren Verläufe bei Influenza. Und schon vor 25 Jahren hat man gesagt, Leute, wenn ihr eine Influenza-Angst habt, schaut, dass euer Vitamin D-Spiegel oben ist und ihr braucht keine Angst mehr haben. Gut, Vitamin D wurde ja sehr schlecht gemacht während der Corona-Krise. Natürlich, warum? Das ist ja logisch. Ich würde es auch schlecht machen, wenn ich meinen Impfstoff an den Mann bringen will. Ja, ich meine, das ist so, wenn der Zahnarzt sagt, ja, keine Karies-Prophylaxe machen und ess schön deine Zuckerbrötchen. Alles andere ist schlecht für dich. Wobei das kein Zahnarzt macht. Nein, aber die sind nicht so korrupt. Aber hier haben wir eine Regierung und eine Agenda. Das ist ja mehr wie nur eine Regierung. Wir haben eine richtige Agenda, die auf vielen Ebenen arbeitet, die zu absurden, also wirklich absurden Vitamin D, wir brauchen es nicht mehr, Theorien kommt. Und das geht ja auf allen Ebenen. Das ist nicht nur irgendwie Lokalpresse. Das höchstrangige Journal der Welt, was medizinische Forschung angeht, da ist auch noch alle Corona-Studien drin, egal wie Hanebüchen sie waren, sind da publiziert worden, ohne Wenn und Aber. Zum Beispiel auch eine Studie aus Israel über Impfung von Kindern. Da hat man gar nicht nach Nebenwirkungen geguckt. Das ist einfach publiziert worden, aber das ist eine andere Sache. Die haben jetzt... Und welchen Journal war das? Das ist New England Journal of Medicine. Und das New England Journal of Medicine hat vor wenigen, also vor einem Dreivierteljahr, der Jahr eine Studie publiziert, die an sich Hanebüchen war. Ich habe ein Video darüber gemacht, dass man als Quintessenz, und da gibt es ein Editorial, also die Herausgeber haben sich nehmen lassen, ein finales Verdict, also ein finales Urteil über Vitamin D zu fällen. Und da steht unten drin, diese Studie, die dann publiziert worden ist im gleichen Heft, zeigt eindeutig, dass kein Mensch Vitamin D braucht, dass man auch kein Vitamin D braucht, wenn man einen Mangel hat, dass Menschen aufhören sollten, Vitamin D zu supplementieren, wenn sie die Absicht hegen, ihr Leben zu verlängern oder vor Krankheiten bewahrt zu werden. New England Journal of Medicine. Und die Studie selbst ist so Hanebüchen, dass ich mich frage, was hat man diesen Editoren bezahlt, so einen Unsinn in die Welt zu setzen. Also es ist unfassbar. Das ist einfach nur unfassbar. Mir fehlen die Worte dazu. Aber ich sage dann immer so scherzhaft, aha, anscheinend hat der Mensch, der normalerweise auf Herausforderungen, also Umweltveränderungen, technologisch reagiert, Extrembeispiel, der Klimawandel sorgt dafür, dass hier alles überschwemmt ist, die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen Kiemen wachsen, ist gering. Ja, also wir werden uns nicht genetisch sozusagen an hohe Wasserspiegel adaptieren. Wir werden wahrscheinlich Dämme bauen und mehr Boote bauen oder was auch immer oder ins Inland umwandern. Aber wir werden nicht Kiemen bekommen. Das heißt, die genetische Evolution des Menschen ist weitgehend abgeschlossen. Aber anscheinend hat jetzt im Rahmen von Corona ein evolutionärer Schritt stattgefunden, und zwar ein dramatischer. Ein Hormon, was seit Jahrmillionen sozusagen schon unsere Vorgänger, Vormenschen, die ganze Tierreich, was vor uns kam, bis wir sozusagen als Teil, als Zweig sozusagen in der Evolution entstanden sind. Wir alle haben Vitamin D gebraucht, um unser Hirn zu regulieren. Auch die Neurogenese braucht übrigens Vitamin D. Um unser Immunsystem zu regulieren. Das alles ist ab sofort nicht mehr notwendig. Wir brauchen kein Vitamin D mehr. Unser Überleben hängt nur noch davon ab, dass wir jährlich gespiked werden. Das ist so absurd, ist die Entwicklung momentan. Gut, und Sie sagen ja, dass da ein Plan dahinter steckt. Also Sie glauben, dass das mutwillig ist. Das ist eine Theorie natürlich von mir. Ja, es ist, und wir dürfen auch spekulieren, ich bin da ganz offen dafür. Sie beschreiben auch in Ihrem Buch, Sie sind auch vorsichtig mit den Aussagen. Also es ist jetzt nicht so, als würden Sie da so, ja, doch, Sie sind überzeugt, aber Sie sind schon vorsichtig. Ich will es mal so schildern. Was ich jetzt, ich habe mir die Frage gestellt, am Anfang, wie hängt das alles zusammen? Genau, Sie erwähnen auch oft das World Economic Forum, glaube ich, muss man sagen. Daran hängen sich viele Leute auf. Ja, nicht nur das, sondern auch die ganzen Maßnahmen, die wir gesehen haben. Die unterschiedlichen Narrative, die entstanden sind. Mal ist das Virus immer gefährlich, dann mal nur für bestimmte Altersgruppen. Mal müssen sich kleine Kinder impfen lassen, plötzlich Schwangere. Mal ist es erst ab 18 Uhr oder ab 20 Uhr gefährlich, weil da muss man dann plötzlich seine Familie verlassen. Und gerade ist es gar nicht gefährlich, aber vielleicht bald wieder? Ja, ja, also das hat man mitbekommen. Dann die Maßnahmen, die von Anfang an als kritisch betrachtet wurden, aber nicht diskutiert wurden. Inzwischen weiß man, dass es nichts gebracht hat. Man wusste eigentlich schon sehr früh, das hat sogar die Bundesregierung rausgefunden, aber das National K4 dann auch geschlossen. und die, na egal, wieder andere Geschichte. Es gibt so viele Dinge, die hier zusammenkommen, dass ich mir die ganzen Puzzlesteine angeguckt habe. Wieso hat man nicht das gegen das Nucleokapsid geimpft, wenn man schon impfen will? Wieso injiziert man das Zeug, ohne zu aspirieren? Wieso nimmt man genetisches Material? Wieso impft man nicht, wenn das einfach das Protein, das wurde sogar verboten, einer hat es vorgeschlagen, dann hat er gleich eine Klage am Hals. Nee, nee, das darf man nicht. Was man normalerweise machen würde, warum nicht einfach das Spike-Protein impfen? Da kannst du auch nicht vermehren. Wieso ist diese Ruinspaltstelle da drin? Und, und, und. Ich stelle mir all diese Fragen und dann habe ich überlegt, naja, es sind alles so Puzzlesteine, die man so anguckt. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt wirklich will, was ja die Protagonisten sagen, Covid-19 ist sozusagen die Golden Opportunity, sagt ja auch Prinz Charles, heute King Charles. Man hat auch das Wort Great Reset damals geprägt, im Juni 2020. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, das hieß Great Reset. Ja, aber weil er erst dann den Begriff gewählt hat, 2022 Wort des Jahres in Deutschland ist Zeitenwende, was ja nichts anderes bedeutet, wie wir ändern jetzt grammatisch irgendetwas, wie wir zusammenleben. Also wir kriegen ein neues Betriebssystem und dann sehe ich diese Puzzlesteine in den verschiedenen Ministerien, die zeigen, dass wir eine KI-gesteuerte Gesellschaft brauchen, die über Sozialpunktesysteme reguliert wird, die unsere Klimafrage sozusagen im Vordergrund sehen. Das ist nicht Verschwörungstheorie, das sind einfach Dokumente, die da sind. Und dann wird die WHO ermächtigt, die jetzt im Juni 2023, dass im Pandemiefall sie sozusagen, die in Deutschland, und vermutlich werden das viele andere Staaten auch machen, dann letztendlich eine Art Weltregierung wird jetzt, weil ja sozusagen alles nicht so optimal funktioniert hat. Zumindest in Gesundheitsfragen. Ja, Gesundheitsfragen, die aber auch Klimafragen inkludieren. Weil Klima hat ja auch was mit der Gesundheit zu tun, also nehmen wir das gleich mal mit. Und am Prinzip noch Kriegsfragen könnte man auch noch dazunehmen, weil ein Krieg ist ja auch nicht gerade für unsere Gesundheit gut. Wie auch immer, irgendwann werden sozusagen alle Fragen von der WHO reguliert und wir sind dann da, wo Juli C. war, bin ich im Buchroman Corpus Delicti, wo sie dann eine Gesellschaft zeichnet, wo Gesundheitshöchstlich geboten ist. Allerdings in dem Roman ist es tatsächlich noch Interesse an Gesundheit. Aber wie kann man Gesundheit im Vordergrund sehen, wenn man sagt, Vitamin D brauchen wir keines mehr, wo nachweislich Deutsches Krebsforschungszentrum schreibt, also eine Studie, die Peer Review publiziert worden ist, neun von zehn Corona-Toten könnte man verhindern, würde man nur einen Vitamin-D-Spiegel anheben. Und eine andere Studie, Metastudie, die viele Studien vergleicht und genische Studien, die zusammenfasst zu einer großen Gesamtbetrachtung, machen eine statistische Analyse und sagen, ab 125 Nanomol habe ich keine, ist die Wahrscheinlichkeit ein Covid zu sterben, gleich null. Das hat aber keinen interessiert, absolut niemand. Im Gegenteil, das heißt, bitte nehmt kein Vitamin D. Also ich will jetzt nicht über eine Verschwörung reden, aber ich habe mir die ganzen Puzzlesteine angeguckt. Und dann sage ich, okay, wenn ich diese große Veränderung haben will, wo der Klaus Schwab sagt, naja, mal keine Privatsphäre mehr, weil Eigentum ist auch gefährlich, also gefährlich für die Umwelt. Ich meine, Eigentum bedeutet ja, wenn jeder ein Auto besitzen will, dann ist das natürlich ein Riesenaufwand, der einen Haufen CO2 produziert. Wenn CO2 das Maßstab unseres Gesammelebens ist, dann sollte man Privateigentum, private Autos verbieten. Wohnraum, ja, kann man ja nutzen, wenn ich tagsüber arbeiten gehe, könnte jemand da Nachtschichten macht ja bei meinem Haus schlafen, ja. Und so habe ich irgendwann eine Abschaffung aufgrund dieser Prämisse Klimawandel, das dann die WHO reguliert, könnte ich dann sagen, naja, dann schaffe ich mal Privateigentum ab, was ja in den Büchern von ihm steht. Also es ist ja nicht, und es ist ja nicht irgendjemand, der das erzählt. Ja, da würde ich sagen, Leute haben oft abstruse Ideen, das bedeutet ja nicht, dass das eins zu eins so umgesetzt wird. Nein, ich sage nicht, das ist umgesetzt, wenn ich sage nur, dass diese Ideen da sind. Ja, die stehen im Raum. Die stehen im Raum. Und jetzt sehe ich die ganzen Maßnahmen. Und wenn ich die ganzen Maßnahmen wie Puzzlesteine mir anschaue, versuche ich mir ein Bild zu machen. Und wenn das Verrückte passiert, dass ich die ganzen Puzzlesteine so zusammensetzen kann, dass im Prinzip kaum noch Lücken da sind. Und alle Puzzlesteine sind verbraucht. Also plötzlich ist kein Puzzlestein mehr übrig, das ich nicht erklären kann. Und das Bild macht Sinn. Dann ist natürlich schon möglich, dass es eine andere Möglichkeit gibt, diese Puzzlesteine noch zusammenzusetzen. das auch ein perfektes Bild gibt, aber es ist verdammt unwahrscheinlich. Also wenn Sie ein Puzzl schon mal gemacht haben, ein anderes Bild zusammensetzen, das auch schön aussieht und nicht das, was ursprünglich sozusagen sich durch die Puzzlesteine geplant war. Also das Bild hat man ja zersägt und dann die Puzzlesteine gemacht. Wir sehen jetzt die ganzen Puzzlesteine. Die Protagonisten haben ja auch nicht, verstecken ja auch keine wirklich. Sie wissen es ja auch gar nicht, weil ja niemand darauf reagiert. Man kann den Leuten ja alles erzählen. Das ist ja vollkommen egal. Naja, aber Sie sagen ja, weil Sie gerade meinten, man kann ja Leuten alles erzählen. Sie sagen ja, dass das absichtlich so gemacht wird. Also dass tatsächlich unser Gehirn so beeinflusst wird durch dieses Spiken, wie Sie es bezeichnen. Spiken, wie gesagt, das ist ja nur ein Beispiel dafür. Und die Maßnahmen. Die Maßnahmen. Dass wir tatsächlich kognitiv nicht mehr in der Lage sind, Dinge zu hinterfragen. Ein Großteil ja. Und damit quasi diese Zeitenwende, von der tatsächlich auch der Kanzler gesprochen hat, The Great Reset und so weiter und so fort. Das ist ja schon ein Meme geworden im Internet. Dass damit tatsächlich quasi diese Zeitenwende eingeleitet werden soll. Also dass wir jetzt quasi, ob jetzt Zombies oder NPCs, nennen wir es wie es wollen, dass wir dazu gemacht werden sollen. Und ich finde, das ist schon eine krasse These. Ja, es ist die einzige These, die momentan alle Puzzesteine in ein schönes Bild setzt. Aber glauben Sie nicht, ob sie dann stimmt? Keine Ahnung. Das soll der Leser beurteilen. Das schreibe ich ja am Schluss im Buch auch. Dass ich nur wie, dass ich sehe jetzt einfach, das sind Menschen, die haben diese Opportunity. Die haben die Möglichkeiten. Die Möglichkeiten wurden genutzt. Das Virus ist künstlich produziert worden. Da gibt es für mich absolut keinen Zweifel. Das gibt uns auch inzwischen die FBI zu. Da muss man sich die Frage stellen, warum? Warum hat man diese Frühstückstelle reingebaut? Aber glauben Sie nicht, dass es auch möglich wäre, dass das Virus aus Versehen, ich bin jetzt mal gültig. Ich sage gar nicht, dass man es absichtlich freigesetzt hat. Genau, aber dann kann man ja auch nicht von einer Inszenierung sprechen. Nee, wie gesagt, ich kann niemandem sagen, dass es wirklich absichtlich gemacht hat. Weil dazu habe ich keine Beweise. Was ich nur sagen kann, ist, wir haben ein wunderschönes Bild, was suggeriert, dass es freigesetzt werden sollte oder wollte. Oder vielleicht ist es auch ein halbes Jahr zu früh freigesetzt worden. Man kann sich auch die Frage stellen, warum war der Impfstoff so schnell da? Es gibt eine schöne Studie, die finanziert worden ist von der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, die ist vor einem halben Jahr publiziert worden. Da versucht man, ein Bild sich zu schaffen, was sind, was, wie funktioniert die Impfstoffentwicklung? Und die nennen, gibt es vier Level der Schwierigkeit an. Also ein Level ist, man hat einen Impfstoff, der funktioniert, das Virus oder das Bakterium ändert sich ein bisschen, wir adaptieren es und es funktioniert wieder. Das sind die leichten. Und dann sind Impfstoffe, die sind sozusagen die ganz, ganz schweren. Und die geben auch an, dass man am mindestens zehn bis 15 Jahre forschen muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn entwickelt kann, zwei bis drei Prozent, Wahrscheinlichkeit, dass man überhaupt Erfolg hat, das haben sie jetzt in einem Jahr hingekriegt. Also die haben wirklich in dieser schweren Kategorie, wo man zehn bis 15 Jahre nach eigenen Vorgaben und Analysen der bisherigen Impfstoffentwicklung, das war alles schon da. Die Patente waren schon da. Also die Patente über die Fuggenstwaldstelle war publiziert. Ich frage mich, wie kann das alles sein? Wieso sind diese Player plötzlich alle so schnell, das alles zu entwickeln? Und wieso will man, impft man jetzt Menschen, die es gar nicht brauchen? Geht es wirklich nur um Geld? Kann es sein. Genau, das kann es sein. Man würde jetzt auch argumentieren, dass die Dringlichkeit, pandemische Notlage, nationale Tragweite. Aber die ist doch inszeniert gewesen. Die gab es ja gar nicht. Genau. 30 Prozent weniger Fälle. Aber so wurde argumentiert. Aber Sie haben mich vorhin gefragt, ob es inszeniert worden ist und ich habe Ihnen gesagt, es muss ja inszeniert worden sein, weil man hat ja die Fakten nicht wahrgenommen. Man hat ja nur ein Programm abgespult, was vollkommen unabhängig von den aktuellen Fakten war. Man hat eine PCR geschaffen, wo selbst der Erfinder, der Drosten, schon gesagt hat, vor Jahren, eine PCR, da braucht der Krankenschwester nur mal ein Virus über den Rachen zu huschen, sondern ist sie positiv. Es hat nichts mit Infektion zu tun. Man hat Leute, die PCR-positiv waren, plötzlich als Kranke eingestuft. Ja, asymptomatisch war doch das Stichwort dafür. Ja, aber selbst das stimmt ja nicht. Ja, Sie waren ja gesund. Weil asymptomatisch würde bedeuten, dass ich zumindest, dass ich eine Infektion habe, die keine Symptome macht. Aber es ist noch nicht mal der Nachweis gelungen, dass eine Infektion überhaupt stattfand. Also das kann alles, also all das, was ich da gesehen habe, zu sagen, das ist jetzt ein zufälliges menschliches Versagen, das ist so, also ich halte inzwischen nicht mehr so arg viel von der Menschheit als von vielen Menschen. Aber so dumm sind sie noch nicht. Also so viel Dummheit in, vor allem von Intellektuellen, man muss ja sagen, das ist ja die Elite, die, ja, da bin ich ja so enttäuscht, ob das jetzt der Ethikrat war in Deutschland, die STIKO, ob das bestimmte Philosophen waren, ja, selbst, sagen wir mal, die Hofnachen der Menschheit, ja, die Komiker, ja, die ja, die Freiheit haben, auch mal was sagen zu können, was nicht Mainstream ist. Ich habe die früher gern geschaut, ja, ich bin gern, ja, wenn man die Heute-Show gegangen hat oder andere Sendungen, dachte ich, lustig, dass die so dann über Ereignisse mal einen anderen Blickwinkel haben. Die haben Leute lächerlich gemacht, die sich, die geguckt haben, dass ihr wieder mit dem D-Spiegel stimmt. Haben die lustig gemacht, drüber, das schaue ich nicht mehr an. Das war es jetzt, ja, das ist ja unfassbar. Also Leute, die kausale, das ist ja kausale Prävention. Ich meine, der niedrige Vitamin-D-Spiegel ist die Ursache für die Saisonalitäten, für die schweren Verläufe. Also ist eine Korrektur des Vitamin-D-Spiegels ein kausaler Eingriff, kausale Prävention. Und stattdessen sagen wir, kausale Prävention ist nicht notwendig. Wir nehmen jetzt diesen künstlichen Impfstoff, der nachweislich nicht das tut, was er tun soll. Leute sind nach, das hat die schwedische Studie ja gezeigt, nach neun Monaten sogar noch gefährdeter wie die Ungeimpfte. Der Sicherheitschef, der EMA, ein Herr Cavalieri, glaube ich, ich spreche ihn richtig aus, hat sogar im CDF, das ist noch nicht gelöscht worden, interessant, gesagt, bitte nicht mehrfach impfen, das macht das Immunsystem kaputt. Das war ja auch eine Vermutung, die man am Anfang hatte. Ja, die Vermutung, ich meine, warum äußert er die? Ja, muss er ja nicht machen. Fand sie interessant, die hat seinen Job komischerweise noch. Aber der Punkt ist, es macht das Immunsystem tatsächlich kaputt. Und, weil wir laufen ja in eine chronische Entzündung, in ein Immunsystem, was chronische Entzündungen zu bearbeiten hat, wie ein unspezifisches Spike-Protein, das nicht weggeht, oder nur, dass es langsam weggeht, das ist ja in seinen anderen Aufgaben komplett eingeschränkt. Dazu kommt noch, dass die chronische Entzündung natürlich einen Verbrauch von Vitamin D macht. Das heißt, die Vitamin D-Spiegel gehen noch weiter runter. Und ohne Vitamin D habe ich keine vernünftige Tumorüberwachung. Deutsche Krebsforschung sagt zum Beispiel, Krebspatienten, die Metastasen haben schon, haben eine 50% höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben, wenn man den Vitamin D-Spiegel anhebt. Ich kenne jede Menge Hausärzte hier, die Tumorpatienten betreuen, die schauen nicht nach Vitamin D. Interessiert niemanden. Also ich habe, also ich finde es sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen auch. Ich frage mich gerade, ob Sie vielleicht auch Ihre Enttäuschung, die Sie ja jetzt auch gerade geäußert haben in die verschiedenen Instanzen und auch Verantwortungsträger, auch ein bisschen mit diesem Buch abgebaut haben. Die ist eigentlich eher größer geworden, weil ich das Ganze, weil ich jetzt sozusagen durch das Schreiben des Buchs, in dem ich die ganzen Puzzlesteine zusammengefügt habe, gesehen habe, was das Ausmaß eigentlich ist. Weil, wenn ich die Puzzlesteine gesehen habe, haben das die anderen auch gesehen. Das heißt, es ist ja nicht nur so, dass ich da irgendwas über... Es sind so viele markante Puzzlesteine, wo jeder eigentlich, ja, einen Augenöffner haben müsste und sofort sagen müsste, Moment mal, was mir im letzten Jahr erzählt worden ist, da stimmt doch irgendwas nicht, da muss ich doch mal nachdenken. Aber selbst dieses Nachdenken findet entweder nicht statt oder man will nicht nachdenken, weil man Angst hat, vielleicht zugeben zu müssen, dass man falsch lag vorher. Aber es könnte ja auch, also es könnte ja auch einfach sein, dass viele Leute damit okay waren, wie es gelaufen ist. Meinen Sie das wirklich? Ja. Zufrieden, dass man drei Jahre eingesperrt wird? Na gut, in der Eigenschaft wurden ja nur die, die nicht die Impfung gemacht haben. Und auch, also ich meine, gut, es war ja auch unterschiedlich in verschiedenen Ländern, wie extrem es nun wirklich war. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber ich meine, dass es ausreichend viele Personen gab, die das nicht als so belastend wahrgenommen haben oder die das auch wieder vergessen haben. Ich weiß, Ist das ernst? Ja, ich meine das ernst, ja. Echt? Das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Also es gibt Leute auch im Internet, natürlich Internet, ja im Internet haben immer, es gibt zu jedem Thema jede Meinung im Internet. Also ich kenne niemanden, der sagt, die letzten drei Jahre waren cool und vor allem, wenn ich ihnen dann auch sage, dass das Ganze unnötig war und es beweisen kann, dann finden sie es noch viel uncooler. Aber dann haben Sie ja Leute um sich herum, die ja offen dafür sind, diese Informationen auch aufzunehmen. Nicht alle, nicht alle. Ich habe genügend in meiner Familie, meine Familie ist komplett gespalten, ja, aus dem Grund, ja, weil, ja, die nehmen Reis aus, wenn man nur darüber reden will, aber das zeigt ja schon eigentlich, was ich hier beschreibe, ja, weil das Problem ist ja folgendes und jetzt kommen wir gerade zum zweiten Teil der Indexneuronen sozusagen, unter Minierung der Indexneuronenproduktion. Wenn jetzt keine Indexneuronen mehr produziert werden, da zählen ja auch die Maßnahmen dazu, weniger Bewegung, soziale Isolation, kein Oxytocin mehr, das heißt, uns werden die Wachstumsfaktoren weggenommen durch die Maßnahmen, die für die Neurogenese sorgen, gleichzeitig wird Stress erzeugt, was die Neurogenese unterdrückt. Noch gar nicht von der Impfung zu sprechen, noch gar nicht von der Infektion zu sprechen, allein das reicht schon aus. Jetzt habe ich eine unterdrückte Indexneuronenproduktion, was bedeutet, dass das Schrumpfen des Hippocampus, das sowieso schon in unserer Gesellschaft, vollkommen unnatürlich ist. Ja, es ist gegen die Natur, die Natur sagt, unser Hippocampus muss lebenslang wachsen. Aufgrund unserer unnatürlichen Lebensweise tut es nicht, durch Corona wird es noch unnatürlicher, das Schrumpfen geht noch schneller voran. Ich habe vorher gesagt, Leute, wir werden mit einem gewaltigen Anstieg an Depressionsraten, an Alzheimerraten rechnen müssen. Und genau das ist dann der Fall gewesen. Wir hatten 2019, laut WHO, war Depression die führende Krankheit weltweit. Sprich, im Sommer 2019, es übersetzt, bedeutet es, die Neurokinesis im Hippocampus war weltweit auf ihrem maximalen Unterdrückungszustand. Man könnte fast sagen, kann man es noch schlimmer machen? Ja, man kann es. Die Corona-Maßnahmen schon im ersten halben Jahr haben dafür gesorgt, dass die Depressionsraten weltweit im Faktor 3 gestiegen sind. Von diesem Höchststand nochmal Faktor 3. Alzheimer ist eine der führenden Krankheiten, gab es vor 100 Jahren fast noch gar nicht. Eine der führenden Krankheiten, die dritthöflichste Todesursache in Europa und in Nordamerika. Allein in Deutschland von 2018 bis 2021 ein 30-prozentiger Anstieg. Das ist nicht durch die Altersstruktur erklärbar. Im Gegenteil. Jüngere Leute bekommen jetzt Alzheimer, unter 65 Jahren. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, einer autobiografischen Gedächtnis, sozusagen Funktion geschwächten Gesellschaft. Mit allen funktionellen Auswirkungen, die wir besprochen hatten. Mangel der Neugier, mangel der Fähigkeit, System 2 einzuschalten, und so weiter und so weiter. Und mit dieser Gesellschaft haben wir es jetzt zu tun. Und dann kommt die Frage, was ersetzt das jetzt? Man könnte ja sagen, die leben alle in einem Zombie-Modus. Aber das reicht ja nicht. Wir kriegen ja permanent jetzt diese Hiobsbotschaften. Permanente Hiobsbotschaften, Krieg, nächste Pandemie. Man spricht ja schon von Permapandemien. Man spricht von Klimawandel, ganz schlimm, 30 Grad, da darf man gar nicht mehr das Haus verlassen, schützen sie sich und andere. Also meine, das ist ja schon Hanebüßen. Auf jeden Fall haben wir all diese sozusagen jetzt gravierenden Panik-Modi, die von allen Seiten kommen. Intermehr-Krisenszenarien. Und jetzt in einer Gesellschaft, die jetzt wirklich maximal geschwächt ist, was ihr autobiografisches Gedächtnis angeht, sprich die Index-Neuron-Produktion. Das heißt, wir haben ein massives Überschreiben täglich, weil die Leute merken sich das ja, aber immer wieder auf Kosten der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Individualität. Und das heißt, wir haben eine Reduktion der eigenen Individualität, kontinuierlich jetzt. Und es wird weitergehen für die nächsten Jahre. Und gleichzeitig ein Ersetzen der individuellen, persönlichen Erinnerungen. Das tut nicht weh, das merkt man ja nicht. Das passiert einfach durch diese Inhalte, diese Panik-Modi-Inhalte. Und ich kann mir gut vorstellen, wir müssen weiterdenken, ein paar Jahre, dass irgendwann der Punkt kommt, wo all diese Kriege, all diese Klimaängste, die geschürt worden sind, ja, dass der gemeine Bürger sagt, also unsere Regierung schafft das nicht mehr. Wir brauchen jetzt wirklich eine Weltregierung, vielleicht eine WHO, die das mal in die Hand nimmt und überall auf der Welt alles reguliert. Und mein Nachbar fährt immer noch so ein dickes Auto und hat nachts die Dusche eine Stunde lang an oder was auch immer. Und dann ist das alles klimaschädig, dann müssen wir überwachen. Wir brauchen ein Sozialpunktesystem, werden ja jetzt noch schleichend eingeführt. Erstmal nur freiwillig, ja. Ja, Klimapunkte in Bayern und sonst wo, gibt es ja schon überall. Und aus dieser Freiwilligkeit heißt dann irgendwann mal, wenn ich das freiwillig mache, warum macht es da, der Nachbar macht es nicht. Ist noch nicht richtig, also möchte ich es gezwungenermaßen haben. Steht übrigens beim BMBF als Bundesministerium für Forschung und Entwicklung oder was es ist, oder Forschung und Bildung, gibt es ein Paper, Szenarien für die Zukunft, 2030, wieder das Stichjahr, das ist ja auch das WEF immer wieder prognostiziert, wenn die große Umbruchsteuerung stattgefunden haben soll. Dort werden wir nach chinesischem Vorbild, hat ein Think Tank sozusagen, da dokumentiert. Wir werden dann nach chinesischem Vorbild gezwungen sein, 2030, die Regierung wird gezwungen sein, ein KI-gesteuertes Sozialpunktesystem in Bezug auf Klimafragen installiert zu haben in unserer Gesellschaft. Und dann werden KIs überwachen, auch unsere Privatsphäre, dass wir uns eben klimaneutral so möglichst verhalten. Und das ist natürlich eine KI-Überwachung in der Gesellschaft wiederum, funktioniert natürlich nur, wenn unser Verhalten vorhersehbar ist. Und vorhersehbar bedeutet, dass wir möglichst wenig Individualität haben sollten. Ähnlich wie ein Immunsystem durch Vielfalt, ich meine, wir haben zig Millionen Immunzellen, die sich genetisch unterscheiden. In der Entwicklung einer Immunzelle durchläuft die eine Art von Rekombination im Erbgut, das dann dazu führt, dass manche Zellen Antikörper entwickeln, die eben komplett anders sind, wie eine andere Zelle sie hat. Und diese genetische Vielfalt unserer Immunzellen sorgt dafür, dass wir auf alle potenziellen Viren eine große Wahrscheinlichkeit haben, eine Antwort zu haben. Das heißt, ein Virus, das wir noch nie gesehen haben, irgendeine Zelle in unserem Körper hat sozusagen einen individuellen Charakter, der auf dieses Virus passt und sozusagen von dort sich dann klonal entwickelt und eine Abwehr organisiert. Und ähnlich sieht es bei unserem Gehirn, also mal ganz grob gesprochen, aus evolutionärer Sicht, Evolution ist ja so mein Hobby, wenn ich aus evolutionärer Sicht das betrachte, besteht ja der Imperativ, seid fruchtbar und mehret euch. Also eine Spezies überlebt ja nur, wenn sie sich weiter vermehrt. Also aus der Bibel ist gar nicht so falsch, seid fruchtbar und mehret euch. Und die Münze, mit der die Evolution unseren Fortbestand sozusagen misst, ist die Anzahl der Nachkommen, die wir eben haben. Wenn der Mensch aufhört, Nachkommen zu produzieren, schiebt die Menschheit aus. So. Um sie vermehren zu können, muss man erstmal überleben. Und um zu überleben, muss man sich wehren gegen Angriffe. Angriffe von Mikroorganismen, Angriffe von Makroorganismen. Das mag der Hund sein, den ich vorhin erklärt habe, kann aber auch ein Makroorganismus sein, der noch wesentlich schlimmer ist, vielleicht ein anderer Mensch. So, und jetzt habe ich die Situation, wie wäre ich mich gegen Mikroorganismen? Klar, Immunsystem. Wie wäre ich mich gegen Makroorganismen? Hippocampus. Das ist mein mentales Immunsystem. Meine Erfahrung sagt mir, wie ich mit einer Situation umgehen kann, im Idealfall. Oder es ist jemand in meiner Gruppe, der die Erfahrung hat und mir sagt, wie ich damit umgehen sollte. Das heißt, das mentale Immunsystem, mit dem wir mit Makroproblemen umgehen, nicht mit Mikroproblemen, also nicht mit Pathogenen, sondern mit Makroproblemen, dieses Immunsystem, das steht jetzt unter Angriff. Und wenn ich eine Menschheit sozusagen beherrschen will, muss ich hier mentales Immunsystem lahmlegen. Das heißt, der Angriff auf den Hippocampus macht durchaus Sinn, wenn das meine Absicht ist. Und ein Great Reset, egal wie er ausgemalt ist, und egal ob die das erreichen wollen oder werden, allein der Plan und die Art der Erweise, wie man etwas umsetzen kann, bedeutet, dass ein Angriff auf das autobiografische Gedächtnis zu erwarten ist. Und wenn ich das Bild, wie ich aus diesen Pudelsteinen zusammensetze, dann ist es genau das, was wir sehen. Es ist das einzige Bild, was meiner Meinung nach alles erklärt, was wir momentan sehen. Und auch etwas ganz Verrücktes, ganz Kleinigkeiten nur. Warum haben wir jeden Tag andere Nachrichten bekommen über Inzidenzen, R-Faktoren, Zeiten, wo wir das Haus verlassen dürfen, die Person darf nur noch mit der Person zusammen sein, wenn sie drei Familienmitglieder hat und meine Mutter darf mich besuchen, aber ich darf meine Mutter nicht besuchen, weil ich mit meinen Kindern komme, das darf man nicht. Diese vielen Regeln, die permanent unser Gehirn zwingen, etwas zu lernen, was eigentlich komplett absurd ist, unter der Situation, dass ich eigentlich keine Indexneuronen habe, um das wirklich aufzunehmen, dann ist selbst hinter diesem Chaos ein System zu erkennen. Also wenn ich wirklich will, dass Leute permanent gezwungen sind, Indexneuronen zu überschreiben und ich habe nur eine Story, das Virus, dann muss ich permanent den Inhalt der Story ändern. Ich muss ihn immer wieder emotional interessant bringen, jeden Abend in den Sondersendungen wieder neue News haben, die wieder sozusagen unser Hippocampus zwingen, etwas zu lernen, was er eigentlich gar nicht braucht für das Leben. Aber in dieser Situation einer gestörten Indexneuronenproduktion dafür sorgt, dass eben ein Überschreiben stattfindet, ein Überschreiben mit diesen narrativen Inhalten. Damit wir nicht auf so einer dystopischen Note unser Gespräch beenden, würde ich noch gerne wissen von Ihnen, Herr Nils, was können wir denn tun aus Ihrer Sicht, um unsere mentale Gesundheit, ist ja auch ein großes Thema heutzutage, irgendwie sie abzusichern. Und sie vielleicht auch zu unterstützen, also auch diese Neurogenese auch vielleicht in Schwung bringen, diese zu unterstützen. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal kurz was sagen. Ja, auf jeden Fall. Das ist vielleicht das wichtigste Kapitel in meinem Buch überhaupt, das siebte, wo es eben darum geht, zu zeigen, dass wir tatsächlich nicht in der Sache ausgeliefert sind. Sie haben es ja vorhin schon gesagt, in den Zahlen der Impfungen zum Beispiel. Ja. Immer weniger Leute glauben das, das klingt also ab. Es gibt ja so ein Experiment von Salomon Nash, der hat, oder Ash heißt er, Salomon Nash hat herausgefunden, Konformitätsexperiment, dass Menschen, dass es einen gewissen Prozentsatz in einer Population von Menschen gibt, die eben nicht alles sofort glauben und die ihren eigenen gesunden Menschenstand vor sozusagen der Mehrheit sehen. Das sind circa 25 Prozent. Ja, 23 Prozent. Das war ungefähr auch die Quote, die sich nicht impfen ließ. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Quote höher geht, ist, wenn man nicht alleine ist gegenüber der Masse. Und das passiert ja jetzt. Also das heißt, wir können aus dem sozialen Mitterlander lernen. Das ist sozusagen eine Aufgabe, die jetzt auch diejenigen haben, die jetzt sozusagen über den Tellerrand geguckt haben. Wie kann ich jetzt die anderen überzeugen? Und das ist auch eine Lebensaufgabe und das ist ganz wichtig. Ich habe vorhin gesagt, wir brauchen einen Lebenssinn. Wir brauchen einen Grund, morgens aufzustehen. Und in dieser Phase kann ich nur jeden, der das Buch gelesen hat, bitten, wenn ich einigermaßen überzeugend war in meiner sozusagen staatsanwaltlichen Funktion, der praktisch so diesen Case vorträgt, dann nutzt das. Das ist die zentrale Punkt sozusagen in meiner Formel für einen, sagen wir mal, kapazitätsstarken Frontalchen-Akku, wie ich den Hippocampus nenne. Oder eine Formel gegen Indokrination. Natürlich muss ich schauen, auch ein bisschen mehr Sport machen wäre gut, ein bisschen mehr Bewegung, solche ganz einfachen Dinge. Bringen wir ein Vitamin-D-Spiegel in Ordnung? Nur als Beispiel. Aber es sind natürlich auch andere Faktoren, dass Vitamin-D sind und deswegen ein Thema, weil es eben einen Mangel hat im Winter. Aber das heißt nicht, dass wir noch ganz andere Mängel haben, die ebenfalls störend sind und den Hippocampus am Wachstum hindern. Soziales Miteinander, ausreichend Schlafsorgen, wenn man abends ego-deplitiert ist, tatsächlich den Fernseher ausmachen. Ja, und sich vielleicht mal gucken, wo kann ich andere News herbekommen, die vielleicht wirklich mal Informationen liefern, aber zu einer Tageszeit mir anzugucken, wo ich doch aufnahmefähig bin. Also es ist ein Tag so zu organisieren, dass man Wissen, was lebenswichtig ist, alternatives Denken und Wissen auch mal sich anschaut, aber eben nicht abends spät, wenn man müde ist. Das heißt, man hat, ich sehe drei Level sozusagen der Gegenwehr. Die erste ist, sich selbst sozusagen erstmal in die Lage zu bringen, einen kapazitätsstarken Hippocampus zu haben mit viel Energie. Dazu gebe ich ganz viele Tipps. Das zweite ist, dass der zentrale Teil der Formel eben, dass man selbst eine Lebensaufgabe hat und man kann durchaus darin bestehen, diese anderen, die nächsten 23 Prozent, also jeder einen anderen sozusagen informiert und überzeugt, dass es eben mehr ist, wie nur Nein zur Impfung zu sagen. Wir müssen mehr tun, dass man das eben macht. Und dann der dritte Teil ist, und der ist das Schwierigste möglicherweise, und das fängt eigentlich schon mit dem Sündenfall an, da gehe ich glücklichkeitsfrei zurück in der Bibel, ist die Frage, die Erbsünde, ist der Mensch wirklich sozusagen von Grund auf schlecht? Also nur, weil uns sozusagen das Übles widerfährt, gibt ja ein Buch von Naomi Wolf, in Deutsch übersetzt, im Grunde böse, setze ich das Buch entgegen, im Grunde gut, von einem Historiker, von einem holländischen geschrieben, der zeigt eben, dass unsere Vorstellung, dass Menschen von Grund auf schlecht ist, eigentlich falsch ist. Ein falsches Menschenbild, was durch die Nachrichten gezeichnet wird. Wir sehen immer sozusagen nur das Schlechte im Menschen, aber das Problem ist, wir werden diese ganzen Krisen, die ja existieren, und die aber eben genutzt werden momentan gegen uns, die werden wir nur lösen können durch Kooperation, das heißt, wir müssen unser Menschenbild ändern. Der Mensch ist im Grunde gut, wir müssen miteinander sozusagen in Funktionalität treten, wir müssen gemeinsam auftreten, wir müssen dem anderen ein Gehör geben, wir müssen wieder reden miteinander. Und dieses Menschenbild ändern ist mein größtes Anliegen eigentlich in dem Buch. Also das ist quasi Ihre Lebensaufgabe, die Sie sich jetzt noch gegeben haben. Sie haben ja viele Dinge schon quasi erledigt, möchte ich jetzt sagen. Und ich möchte mich für dieses interessante Gespräch bedanken. Es war sehr lang. Ich hoffe, dass die Zuschauer so lange drangeblieben sind. Und sonst, wer sich noch weiter vertiefen möchte, dem empfehle ich das Buch, Das indoktrinierte Gehirn. Da kann man nochmal alles ganz genau nachlesen. Es ist schon ein dicker Wälzer, aber Sie legen ja auch Wert darauf, die, sagen wir mal, medizinischen Informationen auch tatsächlich für die Leute, die auf dem Fach sind, auch noch deutlich darzustellen. Ja, und dann geht es mir auch darum, ich will die Leute nicht überreden. Man kann natürlich mit einem Satz sagen, das und das sollst du machen. Aber ich will den Leuten zeigen, du sollst das machen. Oder es wäre gut, es zu machen, weil es erst diesen Gründen sinnvoll ist. Und wenn Leute verstanden haben, warum es sinnvoll ist, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es tatsächlich lebenstransformierend ist. Und ich glaube, Sie haben ja auch schon gute Arbeit geleistet, aus meiner Sicht, auch was das Thema Alzheimer angeht. Also Sie kennen sich wirklich wunderbar mit dem Gehirn aus und wie auch der Mensch funktioniert und wie alles so zusammen funktioniert und sind auch eher, ich sage mal, Sie halten es irgendwie einfach, auch was das Vitamin D angeht oder Omega 3 oder diese Themen. Das ist relativ einfach nachzuvollziehen, möchte ich jetzt mal sagen. Das ist gerade, dass es so weh macht. Das ist so einfach. Genau, es ist so einfach. Dass es weh tut, wenn man merkt, dass die Leute selbst dieses Einfache nicht betreffen wollen. Und das gefällt mir daran. Und deswegen vielen Dank auch für Ihre Zeit und für dieses sehr ausführliche Gespräch. Ich hoffe, die Leute sind natürlich bis zum Schluss dran geblieben. Das kann man auch in mehreren Teilen gucken. Wir wollen hier nicht, dass die Leute hier ego-deplitiert aus diesem Gespräch rausgehen. Die Fahrt ist groß. Wobei danach vielleicht eine Runde drehen draußen, mal eine Runde spazieren gehen, tut eigentlich oftmals ganz gut. Ich höre mir ja diese Art von Gespräch auch gerne auch beim Spazierengehen an. Das hilft mir. Wenn ich in Bewegung bin, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Gehirn ist besser in Bewegung. Man lernt besser. Es gibt Studien, da habe ich auch berichtet. Wunderbar. Dann habe ich das quasi schon organisch richtig gemacht. Herr Nils, vielen lieben Dank. Ich muss den Dank zurückgeben. Ich meine, wenn Menschen wie Sie nicht mir helfen würden, diese Informationen weiterzugeben, dann könnte ich das Buch auch in den Mülleimer treten. Ich meine, ganz ehrlich, gerade weil die Mainstream-Mädien, falls es eine Verschwörung oder falls es eine Art organisierte Transformation in der Gesellschaft gibt, ein Indikator ist eben, dass wir in einer Demokratie leben, aber niemand mehr so ein Buch anfassen würde, dass irgendwas sozusagen irgendwie diesen Thesen widerspricht, die wir gerade erleben. Und die echten Nachrichten sind Menschen, die sie produzieren. Ja, und deswegen gibt es auch ganz viel Neues. und das ist auch das, was aus einer Krise oft entstehen kann. Ja, ganz viele neue Ideen und neue Menschen, die sich vernetzen. Somit sage ich danke an euch da draußen. Abonniert meinen Kanal. Vielen Dank, Herr Nils. Danke Ihnen.